Ja hallo, hier sind wir wieder von den Marktradikalen. Ich bin Manuel und hier ist Max bei mir, um das Thema Kommunikation der Freiheit in Angriff zu nehmen. Hallo Max. Hallo Manuel, schön, dass ich mal wieder dabei bin und ich denke, das wird heute sehr, sehr spannend, mal darüber zu reden. Wie können Freiheitsfreunde, wie können Kapitalisten ihre Ideen an den Mann bringen? Denn das ist natürlich die ganz große Hürde, vor der wir immer stehen in einem Land, was uns jetzt nicht so wohlgesonnen hat. Genau, die Ideen sind schwierig und die Menschen sind aktual, immer höriger. Ich sag mal, oder immer breitwilliger zu hören, aber nichtsdestotrotz, man muss vorbereitet sein. Und darum geht es heute. Wie kommuniziert man diese Ideen möglichst effektiv mit unseren beschränkten Mitteln? Fangen wir mal. Also die Marktradikalen und Liberty Rising haben ja etwas unterschiedliche Ansätze. Da werden wir gleich noch drauf übereinkommen. Und es gibt auch dieses Thema Meta-Ebene versus Inhaltsebene. Also wir reden ja hier über Kommunikation und müssen vorsichtig sein, nicht zu sehr in den Inhalt einzusteigen. Nichtsdestotrotz denke ich, dass es Sinn macht, den Anfang zu setzen bei einem wesentlichen Inhalt, nämlich die Moralebene. Es geht um Freiheit und es gibt, das ist glaube ich, vielleicht kannst du das nachempfinden, die größte Herausforderung ist einfach die Unterstellung falscher Motive. Also man wird nicht verstanden und dann wird einem gleich unterstellt, oh, die Liberalen, die Markt, das sind ja alles kaltherzig etc. pp. Und das ist halt das Kernthema, wo man nicht verstanden wird und was auch bei Rand, denke ich, sehr gut herauskommt, wenn man denn nur bereit ist, sie zu hören. Diese beiden Zitate sind da, glaube ich, sehr, wie sagt man, sehr prägnant zu diesem Thema. Ja, also man schuldet niemandem was. So sehe ich das jedenfalls. Also jeder ist gleich geboren, jeder ist frei und diese, was aktuell, ich betrachte dieses Ding mit, die Umwelt, die Welt ist, die Umwelt ist halt, man ist alleine durch sein Dasein, ist man irgendwie schädlich, ja, und am besten sollten nur 10% der Menschheit noch am Überleben sein. Nein, 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 das ist nicht so. Jeder Mensch ist, jeder Mensch hat einen intrinsischen Wert, ja, auch wenn ich diesen Begriff problematisch finde, ja. Aber, ja, jeder Mensch ist an und für sich, du bist was wert, du kannst was schaffen, dein Wille ist zu respektieren, ich forme die Welt nach meinem Willen, und du bist nicht da, um anderen zu dienen. Ja, das ist dieses Thema bei Ayn Rand, was ich immer sehr geschätzt habe. Ja, danke, ich natürlich auch. Ich finde, sie hat es immer wunderschön mit dem Satz auf den Punkt gebracht, es gibt nur ein Recht, das Recht eines Menschen auf sein eigenes Leben. Ja, ich denke, also, es stimmt natürlich schon, wir leben kulturell, ich würde sagen, in einer Art altruistischen Opferkultur. Das klingt jetzt super hart, aber wir sind halt bestimmt ganz, ganz viel in unserer Kultur von dem Gedanken, dass sich für andere aufopfern etwas moralisch Gutes ist und dass du umso heldenhafter, umso selbstloser bist, und Selbstlosigkeit soll etwas Gutes sein, je mehr du dich quasi für andere Menschen aufauffasst. Und das ist, wo Ayn Rand entgegen geht und wo wir auch entgegen gehen. Ich glaube aber sogar, dass zumindest zu gewissen Teilen nicht alle, aber doch einige Kritiker von so radikal-kapitalistischen Ideen das sogar verstehen. Also, schwer zu sagen, wie stark wir wirklich missverstanden werden, weil ich glaube, es gibt einfach sehr, sehr viele Leute, gerade jetzt so, wenn wir ins Internet gucken, auf Twitter, so die Akademische Ausschussware aus Sozialwissenschaften und Kulturwissenschaften und so, die sich durchaus bewusst ist, dass eine radikal-kapitalistische Gesellschaft nicht zu ihren Gunsten ist, weil sie davon lebt, vom Staat alimentiert zu werden, also mittelbar von der Gemeinschaft, und dafür bezahlt zu werden, quasi die Gemeinschaft zu beschimpfen, um sich selber mehr Ressourcen anzueignen. Und deshalb bin ich mir gar nicht so sicher, ob die Leute so falsch sind, weil ich glaube, viele Leute haben schon ein intuitives Gefühl, Kapitalismus, das heißt irgendwie Leistungsgesellschaft, das heißt, du musst produktiv sein, das heißt, du kriegst nur was, wenn du anderen Menschen auch in der Lage bist, anderen Menschen was zu geben, im Normalfall. Ich glaube, den Menschen sind schon klar, dass das sehr, sehr viel Eigenverantwortung bedeutet und damit auch eine Gefahr des Scheiterns, bei der man nicht unbedingt so aufgefangen wird. Und deshalb würde ich sogar sagen, selbst da bin ich mir nicht mal ganz sicher, ob die Menschen ein völlig falsches Bild haben. Natürlich haben sie, sagen wir mal, ein sehr einseitiges Bild, was natürlich auch von den Medien in sehr dunklen Farben gemalt ist. Aber ich habe schon den Eindruck, dass so eine ganz, ganz grobe Grundidee einer radikal-kapitalistischen Ordnung ist, bei den Menschen schon irgendwo vorhanden ist. So glaube ich persönlich. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Frage des Zeithorizonts. Also ich bin schon der Überzeugung, dass auch diese Menschen in einer radikal-kapitalistischen Gesellschaft ein gutes Leben hätten. Ja, es ist ja auch Menschen nicht würdig, derartig abhängig von anderen zu sein und durch Zwang seinen Lebensunterhalt oder davon abhängig, dass gegen jemand Zwang ausgeübt wird, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und das ist aber halt, na, so eine Frage des Zeithorizonts. Kurzfristig wäre das auf alle Fälle problematisch für die, weil natürlich ihre Lebensgrundlei, die müssen sich halt dann umorientieren. Aber langfristig gesehen ist es schon richtig. Wobei es ist, Hoppe sagt das, glaube ich. Er sagt, die Intellektuellen sind sich durchaus bewusst, dass die Nachfrage für ihre Dienstleistungen ohne den Staat nicht unbedingt sonderlich ausge... Also die sind nicht so groß. Und, naja, die... Der Staat hingegen braucht durchaus sehr viele, naja, Intellektuelle um... Das ist so eine Art moderne Priesterkaste. Vielleicht ist es auch die moderne Priesterkaste, nur ist Religion halt ein bisschen weniger in der Zeit, in der Mode. Deswegen wird es halt anders aufge... Wie sagt man? Präsentiert. Genau, aber im Prinzip, ja... Also ich glaube schon, dass die auch... Die müssen halt was anderes machen, ne? Oder sich... Das ist... Ich glaube, da ist so ein bisschen das Ding dabei. Die müssten sich halt für die Interessen, mit den Interessen der Allgemeinheit auseinandersetzen. Die müssten sich als Marktteilnehmer betätigen. Und das ist halt, okay, andere Personen, ihre Interessen auf dem Markt, die sind halt zu beachten, wenn du irgendwo von denen Geld haben willst. Ja, oder von denen irgendwie wertgeschätzt werden willst. Und, naja, das ist halt ein bisschen mühselig. Es ist schöner, wenn man so in seinem Elferbeinturm, ja, vom Staat subventioniert, einfach seinen eigenen Interessen nachgehen kann, seinem Hobby. Ist ja auch... Sei auch eben gegönnt im Prinzip, aber, naja, das ist halt dann auch Kosten anderer Leute, ne? Ja, ich verstehe, was du meinst. Einer der wenigen Punkte, wo ich mal hoppig zustimme, und es gibt wahrlich nicht viele davon, wobei ich es sogar andersrum sehen würde. Ich bin der Meinung, dass der Staat... Also, in deiner Perspektive und ich glaube auch in Hoppes Perspektive sind die Intellektuellen quasi ein Instrument des Staates. Ich würde es persönlich sogar umgekehrt sehen. Ich bin der Meinung, dass der Staat ein Instrument der Intellektuellen ist, um sich auch Kosten der Allgemeinheit zu versorgen. Und dass diese quasi den Ausbau des Staates treiben. Also, ich würde die Beziehung umkehren. Das schon, aber ich glaube halt wirklich nicht. Also natürlich, viele von denen würden schon irgendwie klarkommen, wenn die all ihre Jobs verlieren und nicht mehr bezahlt werden, werden Menschen sehr erfinderisch und sehr produktiv, wenn es darum geht, dass die Ersparnisse schwinden und der Kühlschrank lehrer wird. Keine Frage. Aber ich würde trotzdem nicht so weit gehen zu sagen, langfristig ist es eine radikal-kapitalistische Gesellschaft oder eine libertäre Gesellschaft gut für alle. Das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, es ist gut für viele und ich glaube, sie ist mein Vielfaches moralischer. Denn da stimme ich da absolut zu. Ich halte ein Leben quasi als, ein Rent würde sagen, Luther, Plünderer, der von der Arbeitsleistung der anderen lebt, ohne ihnen was zurückzugeben, tatsächlich für genügend unmoralisch. Und ich glaube auch, dass die Menschen auf Dauer tatsächlich tiefgreifend unglücklich machen. Trotzdem glaube ich, ich bin schon der Meinung, dass sehr viele Menschen sehr große Probleme hätten, sich da anzupassen und dass sehr, sehr viele, die heute in den Universitäten lange Reden schwingen, irgendwo den Rest ihres Lebens damit verbringen werden, Kaka aus einem Klo zu kratzen für andere Leute. Aber gut. Gut, aber ja, okay. Dann steigen wir mal wieder auf die Meta-Ebene hoch, weg von der Inhaltsebene. Und wir kommen auch durchaus, glaube ich, noch mal zu, weiter zu diesem Dissens. Insofern wollen wir noch nicht zu viel vorgreifen. Gehen wir mal weiter zu den Stilmitteln. Also was auf, bei der Kommunikation stellt man durchaus fest, das, was viral geht oder das, was gut ankommt, ist erst mal die stumpfe Sache. Das Stumpfeste, was du ja ausdenken kannst. und das ist dann natürlich auch der Slogan von den Marktradikalen. Steuern sind Raub. Und das ist korrekt, das können wir verteidigen, sind wir auch bereit, weit, weiß gar nicht. Ich glaube, das teilt ihr auch in dem Fall sogar, wenn ich das richtig verstehe, unter Liberty Rising. Also ja, ich würde absolut zustimmen, dass leichte Verständlichkeit unglaublich wichtig ist. Ich glaube, hier ist sogar noch ein zweiter Faktor mit drin. Und zwar, das funktioniert tatsächlich besser, das wissen wir aus unserer eigenen Auswertung, auch wenn wir es nicht machen, was den Marktradikalen, glaube ich, da in der Hinsicht fast sogar, was heißt besser, oder es gibt ihnen zumindest mehr Reichweite, weil sie haben ein anderes strategisches Ziel, ist die Frage, wird man primär mit Pro- oder Antibotschaften? Also Liberty Rising ist im letzten Zeitpunkt sehr, sehr stark zu Pro-Botschaften irgendwie übergegangen, die bewusst positiv sind. Steuern sind Raub, das ist eine reine Antibotschaft, aber reine Antibotschaften sind reichweitenmäßig, das muss man ganz klar so sagen, viel effektiver, weil logischerweise, die Grünen sind doof, vereint, viel, viel mehr politische Lager als die Grünen sind doof und stattdessen sollten wir Gentechnik machen. Da sind dann schon wieder die Konservativen und die Anhänger und so und die Esel schon wieder raus. Also ich glaube, stumpf ist sehr effektiv. Wir bemühen uns auch zumindest wenigstens eindeutig zu sein, vielleicht nicht ganz so stumpf, aber sehr eindeutig. Aber was ich halt auch glaube, Negativ-Messaging ist, zumindest was Reichweite betrifft, sehr, sehr effektiv. Genau, genau. Also ich finde, das ist, kommen wir auch gleich noch, okay. Bleiben wir erstmal bei diesem Thema, wo du gesagt hast, ich glaube, wie hast du das nochmal ausgedrückt, nicht missverständlich. Also ich finde es schon wichtig, dass man nicht irgendwas raushaut, was rein provoziert. Es sollte schon immer inhaltlich korrekt sein. Ja, also man sollte keine Position heraushauen, die man nicht so vertreten kann. Aber es ist halt einfach unvermeidlich, dass man missverstanden wird. Und damit muss man sich auch ein Stück weit, glaube ich, abfinden. Ja, also Thema Waffen, selbst frei, dass jeder Waffen tragen soll. Das ist halt, da muss man zweistündige, dreistündige Diskussionen führen, bevor jemand wirklich nachvollziehen kann, was die Gründe sind, warum die Position tatsächlich vertreten wird oder vertretbar sogar ist. Aber ja gut, aber es taugt halt erstmal zur Provokation. Kein Widerspruch dazu. Also eindeutig ist es unverstanden, dass du, also wir arbeiten bei Liberty Rising sehr hart daran, nicht allzu sehr missverständlich zu sein. Aber natürlich, wir verkaufen beide, wenn auch leicht unterschiedlich, Konzepte, die für die absolute Mehrheit der Bevölkerung völlig neu und unverständlich und ungewohnt sind. Und natürlich gibt es erstmal tausend Falsche in Ordnung. Also, absolut. Das lässt sich tatsächlich nicht vermeiden. Genau. Und hier ist, glaube ich, nochmal auf dein Thema positive Botschaften vermitteln, also nicht nur rein negativ. Und das ist ja auch tatsächlich etwas, was, glaube ich, ganz gut aktuell ankommt. also Elon Musk ist jetzt, ja, also ich glaube, er verkörpert durchaus als Person durchaus das Gute, das Beste auch an Ingenieur, an Unternehmer. Es ist halt einfach der Zeit geschuldet, dass man ihn nicht als, ja, pure, ist ja auch kein Libertärer, der irgendwie nach Prinzipien unbedingt immer handelt. aber gegeben den Umständen handelt er, glaube ich, schon am besten als Unternehmer oder so gut er es halt kann. Und das ist durchaus, ja, das kann man, das kann man bewundern und empfehlen, nachzuzahmen. Ja, das ist eine Strategie, die wir grundsätzlich fahren bei Liberty Rising in letzter Zeit auch verstärkter, dass wir versuchen, Positives, Ideales, Heldenhaftes, Romantisches im ursprünglichen Sinne, also im Sinne von, man zeigt möglichst die Schönheit und das Beste, was möglich ist, rüberzubringen. Und wie ich schon gesagt habe, das Problem ist, es ist tatsächlich ein bisschen schwieriger, damit Reichweite zu machen. Also, wie gesagt, Pöbeln ist es leichter. Aber wir machen das auch, weil wir der Meinung sind, unser Ziel ist es ja, gute Leute zu kriegen. Also, unser Ziel ist ja sozusagen, weniger erstmal direkt in der Masse zu verbreiten, sondern quasi einen Stamm an wirklich geschulten, motivierten Aktivisten zu haben. Und wir haben den Eindruck, dass diese Art von Messaging, also Kommunikation, dazu führt, dass man die weniger doomerigen Leute kriegt, die weniger den ganzen Tag in so eine negative Untergangsstimmung sind. Und wir haben mal einfach festgestellt, Leute, die die ganze Zeit in negativer Untergangsstimmung sind, machen nichts Produktives, sondern sitzen rum und jammern. Und das wollen wir nicht haben. Dementsprechend, das ist der Grund, warum wir diese Kommunikationsstrategie haben, selbst wenn sie reichweitenmäßig tatsächlich eher etwas schlechter ist. Aber wir sind der Meinung, das bringt die besseren Leute. Das ist interessant. Da können wir kurz ein bisschen beibleiben. Das Ding ist halt, okay, für Liberty Rising als Organisation oder als Bewegung von mir aus, ist das, das kann schon das richtige Ziel sein. Das Thema, na okay, gehen wir mal ein kurzes Stück weiter zum Thema Aushängeschild. Also, diese ganze Provokation ist aus meiner Sicht ein Aushängeschild. die Ideen selbst und die Umgestaltung des Weltbildes bei jemandem, der das sieht und dann dem Kaninchenbau absteigt, der, das ist halt nicht sichtbar nach außen, der steigt für sich in seinem Kämmerlein oder wie auch immer, vielleicht geht er auf Konferenzen, wie auch immer, steigt er runter im Kaninchenbau und findet dann halt tatsächlich die Inhalte. und das ist halt ein komplett ein Prozess, der läuft bei dem, bei der Person selbst ab. Ja, der steigt halt den Kaninchenbau runter, liest sich die Bücher durch, liest sich die Inhalte durch, schaut sich die Konferenzaufnahmen an, geht in Discord und stellt Fragen etc. Das ist halt, ja, das ist, das ist glaube ich, das Ziel für, naja, für mich, für die Marktradikalen, vielleicht kann man, kann ich da auch für die Marktradikalen allgemein sprechen, ist das das Ziel, dass man halt eben auf die tatsächlichen Inhalte verweist und auf die, das ideologische Fundament und dann halt tatsächlich Leute überzeugt. Ja, also Leute dazu bewegt, anders zu denken, als den Staat als Lösung aller ihre Probleme zu betrachten und das ist, ja, also die, am Ende wird sich die Bewegung ja dann auflösen, das ist dann einfach, keine Ahnung, heutzutage ist ja auch keiner, der großartig sich damit beschäftigt, dass Sklaverei nicht mehr, dass Sklaverei unmoralisch ist, das ist, wird halt einfach, okay, das ist akzeptiert allgemein, reden wir über andere Dinge, nicht wahr? Also insofern, eine Bewegung aufzubauen, ist jetzt zumindest nicht mein Ziel, so als Selbstzweck auf alle Fälle, sondern eben diese Ideen zu verbreiten und wenn das halt, wenn das halt als Bewegung, naja, ich muss da keine Organisation unbedingt drum herumbauen, sage ich schon, würde ich nur damit sagen. Vielleicht kann ich da direkt was zu sagen, weil hier sozusagen, glaube ich, die strategischen Unterschiede ganz deutlicher vorkommen, gerade auch bei diesem Punkt. Das eine ist, wir glauben nicht, dass man den Staat klein macht und dann löst man sich auf und alles ist gut, weil ich der Meinung bin und der Überzeugung, dass dann die Tyrannei wiederkommt. Gut, wir sind jetzt eh Minimalstaatler, aber, dass die Tyrannei wiederkommt, die Freiheit zu halten, ist ein dauerhafter Prozess und der erfordert ununterbrochen und dauerhafte Mobilisierung und diese Mobilisierung ist umso effektiver, je besser seine Strukturen sind und eine bessere Organisation, die geschlossener ist, die, sagen wir mal, zielgerichteter arbeitet, hat auch einfach enorme Vorteile gegenüber so einem dezentralen Netzwerk. Aus meiner Sicht sehen wir schon daran, nehmen wir zum Beispiel die AfD. Die AfD hatte ursprünglich diesen Wirtschafts-Siberalismus, so sehr deutlich, das war das große Ding und sie wurde von einer tatsächlich winzigen Gruppe an Rechtsradikalen quasi gekapert. Warum? Weil diese Rechtsradikalen viel besser organisiert waren und deshalb ist meine feste Überzeugung, hoher Organisationsgrad schlägt immer dezentral und alle miteinander und Netzwerke irgendwie sozusagen ohne Spitze. Ich bin der Meinung, diese Organisationsform ist in der Politik überlegen. Ich halte es für eine Schwäche, das nicht zu haben und ich, wie gesagt, sehe natürlich auch Libertivisierung nicht als Selbstzweck, aber ich sehe den Zweck dauerhaft auch um Freiheit zu erhalten. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ich glaube nicht, dass die österreichische Schule auf Dauer sehr überzeugend ist. Das klingt jetzt komisch, denn natürlich sind sehr, sehr viele Libertarians gerade in Deutschland, vor allen Dingen in Deutschland. Österreicher weiß wahrscheinlich auch an der Barriere liegt beziehungsweise daran, dass es eben keine Sprachbarriere gibt, weil das halt Leute auch aus dem deutschen Raum sind. Aber ich denke, wie kann man das sagen, hätten rationale, wirtschaftliche Argumente von der, sagen wir mal, besseren Wohlstandsproduktion oder Ähnlichem, würden das die Leute darauf überzeugen, hätten wir schon längst eine minimalstaatliche, ultrakapitalistische Gesellschaft, weil die Argumentation und die Evidenz liegt auf unserer Seite seit rund 100 Jahren. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Und deshalb, das glaube ich, wo wir wahrscheinlich noch zukommen werden, bin ich der Meinung, dass wir eine Ebene tiefer gehen müssen auf die Moral. Und deshalb glaube ich nicht, dass dieser Österreicher Ansatz funktioniert. Ich habe übrigens auch nicht den Eindruck, dass es ihm so richtig gelingt, in die Breite zu gehen, weil am Ende muss man ja sagen, die riesige Wirtschaftskrise, die die ganzen Österreicher seit, weiß nicht, einem Jahrzehnt prophezeit haben, ist jetzt da und trotzdem siehst du nirgendwo einen Österreicher in irgendeiner Talkshow. Und ich glaube, das liegt halt auch daran, dass die in der Hinsicht halt auch da eigentlich nicht gut funktionieren, sondern dass die dazu neigen in so einer Bubble zu sitzen, wo dann sozusagen der Teil, der von der Politik und Wirtschaftsphilosophie nicht abgedeckt wird, gefüllt wird mit irgendeinem Konservatismus, dass du dann so eine riesige Ansammlung an alten Luma-Menschen hast, die zusammensitzen und gegenseitig darüber jammern, wie scheiße die Welt geworden ist. Ich glaube leider, das ist das Ergebnis der österreichischen Schule als sozusagen zentrale Strategie und von dieser Wirtschaftsvermittlungsstrategie. So scheint es mir zumindest, weil wenn ich mir das Mises-Institut ansehe oder die Atlas-Initiative oder die Eigentümer, die frei, würde ich schon sagen, dass die alle in so eine Richtung gehen von Versammlungen älterer, grandländer Herren. Nicht, dass das zwingt jetzt automatisch böse ist oder so, das sollen die gerne machen, aber es ist nicht das, was ich als Ziel sehen würde. Ich halte das nicht für besonders effektiv auf der U.S. Ich weiß nicht, ob das einfach nur ein Artefakt davon ist, dass die Leute, die tatsächlich dann auch irgendwo präsentieren, das sind dann halt einfach, bis man so weit kommt, dann ist man halt ein bisschen älter im Semester, aber wenn du die Aufnahmen von den Leuten schaust, die waren halt auch früher, die sind auch in den 20ern irgendwann zu diesen Ideen gekommen und ich weiß nicht, ob das so ein Artefakt ist. Und ich würde auch dir widersprechen, dass es hier, oder ich glaube, das ist zu eng betrachtet, da zu sagen, hier geht es um die österreichische Schule rein, also RAND ist auch genau so ein Thema, also die Moralebene ist es durchaus auch ein Thema und gab es auch neulich durchaus Diskussionen über diesen moralischen Verfall oder diese, ich glaube, das Wort, was da immer benutzt wurde, war die Dekadenz oder der Verfall. Na okay, es wird eventuell irgendwann in die Allgemeinheit, in deren Ideen übergehen. Da können wir auseinander gehen, aber der Punkt, wo ich, den ich gerne nochmal weitermachen würde, wäre das Thema in den Medien-Talkshows, dass das nicht ankommt. Da ist, glaube ich, ein ganz großes Thema die Institutionen, also die bestehenden Institutionen und die Problematik, die man da aufgesetzt ist. Ich weiß nicht, ob wir, es gibt da zwei Ansätze, die wir überfahren können. Entweder wir können die bestehenden Institutionen ansetzen, da zum Thema machen oder die geänderte Medienlandschaft. Also die Umstände sind nicht so wie früher. Das ist, glaube ich, ja, fangen wir mal da an. Moment, ich gehe mal zum Bild. So. Also ich denke, die, die, es ist halt nicht so wie früher. Na, also die Frage ist, ob diese Talkshow tatsächlich, welche Relevanz sie hat. Na, es wird auf alle Fälle noch von vielen Leuten geschaut, aber die Welt ist ja im Wandel, ja, und es ist nicht so, als ob die zentralen Medien das einzig Relevante wäre noch. Es gibt eben diese Kaninchen-Bows, die online sind, die ich ja auch vor zehn Jahren runtergefallen sind. Ich weiß nicht, wie dein Weg war, zu diesen Ideen zu kommen, aber ich behaupte jetzt einfach mal, du bist nicht zu diesen Ideen gekommen aufgrund von irgendwelchen Talkshow-Gästen, würde ich das einfach mal behaupten. Und, ich bin tatsächlich über die Uni zu diesen Ideen gekommen, witzigerweise, weil sie ein Lehrbuch waren. Die waren ja ein Lehrbuch, interessant. Weiter geht es auch für politische Modelle der Gegenwart und 15 Modellen. Ich bleibe trotzdem bei meiner Behauptung, weil das war ja nur der Ansatzpunkt, oder? Ich meine, das ist ja nicht so, als ob die an der Uni diese Sachen lehren würden. Das war ja nur so ein, ich sag mal, ein Anstoß. Ja, ich habe da nach Hausarbeit drüber geschrieben und die Bücher, die waren aber, also das Buch war in der Hinsicht gut, weil das hat tatsächlich mal so die Basics unter anderem von Rothbard, Mises und Hulk dargelegt. Das ist ein Glück, das hast du nicht unbedingt immer. Aber ich fand das damals sehr spannend, aber ich glaube, das geht zu weit, weil ich verstehe durchaus, was du meinst. Natürlich hast du heute ganz, ganz andere Mengen an YouTube-Kanälen, die sozusagen auch am Mainstream vorbei oder am Fernsehen vorbei agieren. Aber auch da würde ich sagen, scheint mir jetzt die Libertäre nicht unbedingt so überragend erfolgreich, wenn man sich große anguckt, die Größe der Kanäle. Und ich glaube, wenn wir Freiheitsfreunde sagen, ja, das ist aber alles schwierig mit den Institutionen, weil irgendwie Staat und so weiter und so fort, dann muss man sagen, halte ich das eigentlich für eine Schutzbehauptung dafür, dass man sich selber beschissen angestellt hat in der Vergangenheit. Weil als die 68er zum Beispiel kamen, die hatten auch keine Medien. Also vergisst man heute gerne, kommt einem immer nicht so vor. Aber die waren Mainstream völlig verhast, die Grünen auch. Als die Grünen kamen, wie gesagt, die waren völlig verhast, die hatten keine mediale Repräsentation, keine gute, nichts. Und was haben die gemacht? Die haben systematisch eine Gegenöffentlichkeit aufgebaut und ich würde behaupten, deutlich effektiver. Natürlich gibt es das heute bei Freiheitlichen auch hier und da, aber faktisch würde ich sagen, waren im Punkt, wo Gegenöffentlichkeit aufbauen, Gegenintellektuelle auch aufbauen, die sozusagen alternative Bücher, Narrative und so weiter machen, waren die aus meiner Sicht, würde ich behaupten, effektiver. Allein schon, weil die mehr abgedeckt haben. Das ist halt der Nachteil, wenn du in der Reihen, was jetzt die Marktradikalen haben, debattierweise nicht so, in der Reihen politisch, wirtschaftliche Philosophie hast und keine persönliche, du hast auch viel, viel weniger Bereiche, zu denen du dich äußern kannst. Nägchen, glaube ich. Also dementsprechend, ich halte das weniger für die Schuld des Staates oder der Medien oder so, sondern mehr tatsächlich für ein eigenes strategisches Versagen des kapitalistisch-libertären Nagers. Was ich übrigens witzigerweise ermutigend finde, weil das bedeutet, dass wir durchaus mehr reißen können, als wir reißen, und wir müssen es nur schlauer tun. Ich ziehe daraus sehr viel Hoffnung. Durchaus, also ich behaupte, also das ist auch, nein, man hat nur so und so viel Zeit im Tag, wir sind ja alle, tatsächlich gehen, mir ist nicht bekannt, dass es so viele Leute gäbe, die ihren Lebensunterhalt bestreiten. Es gibt da im Bitcoin-Bubble, gibt es so Menschen wie Block-Trainer, die tatsächlich scheinbar sich das zur Karriere bisher machen konnten, aber ansonsten ist es ja alles eher auf Ebene der Freizeit. Und da ist dann halt schon die Frage so, was kann man mit den beschränkten Mitteln, die man hat, auch anfangen. Ich denke auch, die Sache mit den Institutionen, dass der Staat uns alles immer schwierig macht, das ist gar nicht so sehr gemeint. Das ist tatsächlich eher so eine Sache von, es ist ein Club. Also da ist viel Psychologie dabei. Wenn man in eine Talkshow eingeladen wird, da ist es ja nicht so, dass man als gleichberechtigter Gast irgendwo eingeladen wird und dass man da zu Wort kommt, genauso wie jeder andere, sondern man ist nicht im Club und man kommt nur in den Club, wenn man tatsächlich auch die Meinung des Clubs auch vertritt, also den Zeitgeist halt mitmacht. Ja, also das, und das finde ich jetzt beispielhaft, war halt, okay, in dem Club gab es halt bisher diese Medienschaften, die öffentlich-rechtlich finanzierten Leute, die halt im Rahmen der Pandemie ja durchaus gelitten haben und also ihre wirtschaftlichen Interessen benachteiligt wurden und oder was heißt benachteiligt, ich meine, die leben ja von geraubtem Geld, also ein Großteil davon. Insofern ist da der Mitleid zumindest bei mir ein bisschen beschränkt, aber naja, wenn sie halt dann Protest machen, ja, oder irgendwelche Bedenken äußern und dann auch durchaus mit erstens Humor und dann im Zweiten auch den Dialog antreten, auch so den Diskurs versuchen zu machen, den sie anderswo nicht gesehen haben unter der Dominanz von der, wie heißt es, der, naja, das Narrativ, was halt gepusht wird, das, was halt politisch korrekt ist, als sie da dagegen getreten haben, naja, da haben sie halt, naja, die müssen halt mit der Ausgrenzung jetzt aus dem Club leben. Und das ist, glaube ich, eher das Problem. Also der Zeitgeist ist halt auch nicht nur einfach nur so ein Staatsding, sondern es ist, das ist schon so eine psychologische, so eine, und gerade auch in den letzten zwei Jahren, so eine massenpsychologische Sache. Das ist, glaube ich, eher das Problem. Also ich würde sagen, massenpsychologisch war es schon immer, aber ich glaube auch, zum einen muss man dann sagen, sie sind ja trotzdem relativ präsent in den Medien gewesen und wenn wir jetzt zum Beispiel gerade den russischen Angriff auf die Ukraine ansehen, ist es jetzt auch nicht so, dass in den Medien jetzt niemand pro Putin sozusagen oder mit Putin-Apologetik zur Sprache kommt. Und ich glaube auch noch, die andere Ebene ist, ja gut, natürlich mag es diese Clubs geben, aber die Frage ist natürlich, warum haben wir keinen eigenen Club? Was haben wir in der Vergangenheit verkackt? Und jetzt nicht nur wir, die wir heute leben, sondern auch Generationen von gerade normalen Liberalen, klassisch Liberalen, die es ja seit Ewigkeiten gibt, was haben die verkackt? Dass die alle keine eigenen Clubs haben. Na haben wir ja, also das ist ja, die sind halt etwas kleiner und die sind halt nicht auf den großen Bühnen. Also das ist halt dieses Thema mit den Massenmedien. Die Leute oder der Staat ist sich ja durchaus bewusst, welchen Wirkungen diese Massenmedien haben und dass die auch essentiell sind. Es ist essentiell dafür, dass das Regime fortbestehen kann, dass auch die Masse an Leuten, die überzeugen, also ja mitgemacht, also zumindest, oder zumindest sich nicht denkt, dass das, also das Ideale ist, dass jeder sich vorkommt, als wäre er alleine mit seiner, mit seiner abweichenden Meinung. Und das ist halt, deswegen greift er ja auf diese Massenmedien zurück und wenn, dann ist dann halt auch nur beschränkt, wird zugelassen, was, was Anteilentiven, also es wird auch tendenziell oder es ist eine starke Tendenz, dass man, auch wenn Leute zur Rede kommen, dass es immer so geframed ist, ja der am Anfang, am Ende, der ist der Böse und seine Meinung am Ende, das ist die richtige Meinung. Also es wird ja schon auch die Meinung, die korrekt ist, das ist ja immer Teil der Botschaft, das wird ja mittransportiert. Also nur zu Wort kommen, das ist ja, das ist immer so diese Frage, eine der Hauptproblematik, die ich sehe. Die Unterstellung falscher Motive. Also ich versuche, wir versuchen ja alle, glaube ich, die Welt so gut zu verstehen, wie wir es nur irgendwie können und kommen dann zu einer Meinung und ich glaube, die allerwenigsten sind so drauf, dass sie wirklich schlechte Motive verfolgen. Und es ist aber trotzdem so, dass man, wenn man in so einem Talkshow auftreten würde, dass man sich mit lauter Vorwürfen konfrontiert sieht, die unter den, bei denen die Unterstellung mitschwingt, dass man eben egoistische, also rein, also vor allen Dingen auch auf Kosten anderer, Motive verfolgt, die auf Kosten anderer kommen würden. Aber das ist nicht so, sondern, ja, ich bin ehrlich der Meinung, wir sind alle ehrlich der Meinung, dass diese Ideen, die wir vertreten, zu einer besseren Welt führen würden. Aber so wird das ja nicht zugelassen, dass das so auf, es wird nicht als Meinungsverschiedenheit akzeptiert, sondern das Framing ist immer so, dass der Zuschauer mitbekommt, das ist die richtige Meinung und der ist der Böse. Ich würde dir witzigerweise auf mehreren Ebenen nicht zustimmen, zum einen, weil ich finde, dass du den Staat, das ist ja jetzt Akteur, weil du sagst, der Staat ist sich bewusst, ich glaube, der Staat ist sich gar nichts bewusst, das ist einfach nur irgendwelche Menschen und die wollen wiedergewählt werden. Ja, das ist ja so, ich meine, das ist so, wie man sagt es in der Evolutionstheorie, dass der Vogel will, die Entwicklung des Vogels ist so und so der Schnabel, der will an die Pflanze kommen und deswegen wächst der Schnabel so, das ist ja eher so, mir ist schon bewusst, dass das alles so, ja, ich sag mal, da sind Selektionseffekte und da ist so eine Dynamik, das ist, nein, ich verstehe schon, was da ist. Ich glaube aber, dass das sozusagen auf ein falsches Gleis führt, auch weil du sagst, wird nur zugelassen oder so. Warum wird das so gefilmt? Warum ist das so? Ganz einfach, weil einfach die andere Seite in der Vermittlung ihrer Philosophie viel besser war in der Vergangenheit als wir, weil die ganzen Journalisten, die ganzen, aber fast alle Journalisten, der überwältigende Mehrteil, irgendwie die Fuß links grün denken. Aber das ist, wie gesagt, eine Sache, das können wir der anderen Seite nicht zum Vorwurf machen, aber die andere Seite einfach besser und kompetenter als wir. Nee, nee, ich glaube das nicht, also kommen wir gleich nochmal zu den Denkmustern, aber ja, okay, okay, von mir aus können wir sagen, die wir erstmal, die waren kompetenter. So würde ich es sehen und ich glaube, das liegt halt zum Beispiel daran, ich meine, wir müssen bedenken, die Linken und die Sorzen haben es geschafft, ihre Bewegung irgendwie am Leben zu halten für irgendwie 100 Jahre oder mehr, wenn man sich anguckt, wann SPD gründet und so einen Kram. oder Vorgängerorganisation. Ich habe nicht den Eindruck, dass das den Liberalen so gut gelungen ist und ich glaube auch, das liegt daran, dass die Liberalen sich viel zu sehr in ihren Elfenbeintum zurückgezogen haben für deine Kritik und angefangen haben, unglaubliche Massen an kotzöden Wirtschaftstexten zu schreiben und ich glaube auch, dass das immer noch das große Ding ist, massenhaft kotzlangweilige Wirtschaftstexte zu schreiben. Die Linken hatten nicht kotzlangweilige Wirtschaftstexte, die Linken hatten, haben sich irgendwann völlig aus dem Kontext einen Mausspruch gegriffen mit, Kampf den Papiertigern und sich dazu nackt abgebildet für die sexuelle Freiheit. Das war geistig eine mittelprächtige Perversion, weil Mao zur gleichen Zeit alle sexuelle Freizügigkeit in China hat umbringen lassen. Aber von der Wirkung her hatte das eine viel praktischere, sinnliche, wahrnehmbare Komponente, als wenn irgendein Typ bei der Hike-Gesellschaft oder was auch immer rumsitzt und das 300. Paper schreibt, wie man jetzt irgendwas privater oder weniger statisch regeln kann. Und deshalb, wie gesagt, glaube ich halt wirklich, wir haben, oder die Liberalen haben ihre Bewegungen durch und durch nicht sexy gemacht. Und alles, was wir jetzt noch haben, sind einfach die Früchte davon, dass wir in der Vergangenheit, nicht wir, wir persönlich natürlich nicht, aber die pro-kapitalistische, pro-Marktwirtschaft, liberale Bewegung in der Vergangenheit, in den letzten 50 Jahren unglaublich viel Scheiße gebaut hat. Und ich glaube, zu sagen, der Staat und so weiter, das ist, wie gesagt, halte ich für unberechtigt, weil in den USA zum Beispiel guckt ihr große Medien an, da hast du Fox. Das ist offensichtlich sehr anders als das, was wir haben zum Beispiel. Jetzt nicht, dass wir genau Fox brauchen, aber ganz offenkundig muss das nicht so sein, sondern ist das halt entstanden, weil eine bestimmte Philosophie vorher, so glaube ich zumindest. Na gut, wir gehen da auseinander und ich glaube, ich gehe, da gehe ich mal darauf ein, auf das Thema. Es ist, glaube ich, nehme ich tatsächlich auch ein psychologisches Ding bei Menschen, die ja Menschen selbst liegt. Wenn du sagst, dass die Leute, okay, mit nackten Bildern und wie auch immer und wirklich mit akademischen Elfenbeinturmen und so unterwegs sind, das hat damit zu tun, dass die einen sich für Wahrheit interessieren und ich glaube, die anderen sind tendenziell einfach gehen einem Trieb nach, ja, so tendenziell. Die wissen schon, was richtig ist. Die haben aus ihrer Intuition schon herausgefunden, was ist korrekt und das ist, glaube ich, getrieben. Der Mensch ist nämlich kein tabula rasa, sondern der Mensch hat durchaus gewisse Vorprägungen aus der Natur heraus, die evolutionspsychologisch bedingt sind. Ja, also was hat in einer Gemeinschaft von 150 Leuten maximal, also diese berühmte Dunbarzahl, was hat in der Situation war geeignet, um zu überleben und sich fortzupflanzen. Das ist, glaube ich, der Teil, der hier vor allen Dingen dazu, also die, wie jemand, der einen Wirtschaftstext schreibt, der versucht halt wirklich mühselig nachzuvollziehen, wie die Welt funktioniert und das ist, ja, okay, das wird ein bisschen schnöde, sage ich mal und ich bin da bemühen, sehe da auch durchaus ein, dass man da mehr machen kann, um das besser zu vermitteln, aber nichtsdestotrotz ist es schon diese Dynamik da. Das eine ist eben diese Betrachtung von oben, also wir kommen jetzt so ein bisschen in, wie betrachten betrachtet man die Welt. Also das eine ist, man hat eine Prägung und das führt dazu zum Beispiel, dass man Sachen tendenziell von oben herab betrachtet. Ja, also diese Sachen, die von, diese Dynamik, die von unten herauf entstehen, die sind nicht so leicht zu erkennen. Ja, also wenn du verstehst, wie Evolution funktioniert, dann ist auf einmal erklärlich, okay, warum gibt es diese Bäume, diese Vögel, diese, warum sind wir so, wie wir sind, warum ist die Hand entstanden und die Gehirnstruktur und etc., pp., da kann man ja, da muss man aber erst mal diesen Mechanismus verstehen. Und das ist halt nicht unbedingt intuitiv, sondern was der Mensch hat, ist, der trainiert erst mal so Mustererkennung. und der schaut von oben herab und der sagt, okay, es gibt diese Gesellschaft, ja, oder diese Gemeinschaft und ich, dann kommt das nächste Ding, okay, von wo, von welcher Richtung aus geht man die Zielsetzung an oder die Verfolgung der Ziele an. Viele Leute, denke ich, denken vom Ziel her, also ihr Wunschdenken, ich will, dass das und das sein ist, ich will den Zustand so und so sehen, wie man da hinkommt, das ist jetzt erst mal, da machen sie, glaube ich, ein bisschen weniger drum, es kommt erst mal einfach nur eine Forderung und eigentlich müsste man halt eben, okay, wo sind wir, was sind unsere Ausgangsbedingungen und was ist die, erst mal eine Bestandsaufnahme und dann, okay, was ist der nächste inkrementelle Schritt nach vorne, den wir gehen können, weil die Zukunft ist ungewiss und eigentlich ist dieser Ansatz mit, okay, vom Ziel her denken, nicht immer, der führt nichts wirklich zum Ziel, man weiß überhaupt nicht, ob es überhaupt einen Pfad zum Ziel gibt, man kann sich ja alles Mögliche ausdenken als Zielsetzung, was irgendwie fliegende Autos oder sowas, wo man sich dann vielleicht täuscht, dass es überhaupt möglich ist und das ist, glaube ich, eben so diese Denkmusterproblematik bei Menschen, mit denen man konfrontiert ist und wenn man einfach, ja, das ist halt die Sache mit dem Staat, der verspricht dir das alles und dann, okay, dann wird er erst mal legitimiert und ob das alles wirklich mit der Realität vereinbar ist, ob das möglich ist, das ist halt zweitrangig. Wenn ich dazu sagen darf, das waren jetzt sehr viele Punkte, das nächste Mal machst du gerne etwas kürzer. Ja, mir ging es um diese Denkmuster vor allen Dingen, ja. Ja, genau, also zum einen bin ich der Meinung, ich sehe jetzt gerade was, also Liberty Weising denkt stark vom Ziel aus, wir wollen eine Welt der Höchstleistung, wir wollen eine Welt mit maximalen Glückes, maximaler Entfaltung, radikale Innovation, das würde ich sagen, ist vom Ziel aus gedacht, ich würde übrigens auch sagen, dass ihr Radikalen völlig vom Ziel ausdenken, weil ihr am Ende des Tages Anarchisten seid und ich glaube nicht unbedingt, dass bei der Liebe, müssen wir jetzt nicht vertiefen, empirisch Anarchismus jetzt unbedingt das naheliegendste Ziel ist oder das leicht erreichbarste Ziel oder ähnliches. Also ich würde sagen, dieses Denken vom Ziel haben die Marktradikalen mindestens genauso, wenn nicht stärker als der Mainstream. Nein, würde ich dir widersprechen. Das erscheint so in der Propaganda auf alle Fälle, weil das Ziel ist auf alle Fälle leichter zu präsentieren, aber meiner Erfahrung ist, dass die Leute, es gibt irgendwann die Einsicht, ja, irgendwo hat man Neugier gehabt, zum Beispiel durch eine Wirtschaftskrise oder sowas, wo man anfängt, sich tatsächlich mit den Inhalten zu beschäftigen, mit den Ideen. Und dann macht das halt irgendwann Klick. Man merkt, okay, das macht Sinn, das erklärt vieles und dann findet so eine Ableitung statt so eine Deduktion. Das ist der deduktive Ansatz und dann fällt dann halt auf einmal, wie Schuppen von den Augen, okay, Steuern sind Raub. Das ist nicht ein Ziel. Wir sind nicht vom Ziel ausgegangen, jeder soll sein Eigentum für sich behalten und kann nichts davon hergeben, sondern wir sind von, das ist eine Konsequenz, das ist eine Schlussfolgerung. Ja, also das mag, glaube ich, von außen so erscheinen, aber deswegen bin ich auch, denke ich auch, dass es richtig war, auf diese Aushängeschild-Dynamik. Also es ist ein Aushängeschild und dann ist aber der Verweis auf die Denkschule. Ja, und in dem Sinne ist es auch, ja, also Kriegs sind natürlich sehr problematisch für Menschen, aber das sind halt Aufwegmomente. Und ja, also ich kam ja halt zu den Ideen im Rahmen der Wirtschaftskrise 2008 und so wird es auch denke und dann gibt es halt die ganze Bitcoin-Bubble, die halt durch die österreichischen Schule gekommen ist, als sie gemerkt hat, okay, die bisherigen, das passt hier überhaupt nicht in ein bisheriges Erklärungsmodell von, die etabliert sind und deswegen ist halt das Interesse für die österreichische Schule in dem Bereich und so wird es auch, denke ich, wieder sein jetzt im Rahmen dieser Wirtschaftskrise. Wir werden da wieder so einen Aufschwung erleben, wo, oder weiteres Wachstum leben für diese Ideen. Ja, das ist, ja, okay. Also, kurz, wir werden uns sicher nicht darüber einig werden, ob Anarchie Sinn macht. Das halten wir auch schon. Ich glaube, wir können da guten Gewissens als Werbemaßnahmen auch auf die letzte Woche verweisen, in die letzte Woche, aber die letzten gemeinsam. Genau. Kannst du dir dann umeinbinden. Ich würde persönlich auch nach wie vor sagen, dass Libertarismus vom Ziel ausdenkt. Zumindest Rothbard schreibt nämlich selber, dass es sein Ziel war, eine Utopie zu bauen, wie die Linken sie haben. Und Klammer auf, er sagt, sie ist realistisch erreichbarer, Klammer zu, als die von den Kommunisten, aber er sagt schon, dass es sein Marketing-Ziel war. Dementsprechend Kommunikationsstrategisch jetzt. Aber das war ja nicht der Anfang, würde ich behaupten. Der war ja, also wie findet man zu diesen Ideen? Das ist die Frage. Also ich glaube, Rothbard war Bauchgefühl, zumindest von dem, was ich gehört habe, können wir irgendwann mal vertiefen. Bauchgefühl, Anarchist, lange bevor er es komplett naturrechtlich, glaube ich, in der Konsequenz durchgebastelt hat. Aber ich wollte eigentlich noch mal auf was anderes raus, weil ich glaube, wir haben noch mal einen viel fundamentaleren Unterschied, der sich auch in der unterschiedlichen Kommunikationseinschätzung auswirkt, bei dem Wesen des Menschen. Weil ich nämlich nicht glaube, dass der Mensch so groß vorgeprägt ist. Ich glaube, der Mensch ist tatsächlich, was Moral und Philosophie betrifft, weitgehend tabula rasa. Und ich möchte sagen, warum ich das glaube. Das liegt daran, ich habe auch unter anderem eine Rokulturgeschichte studiert, unter anderem auch auf Schwerpunkt, zum Beispiel Sexualgeschichte und so. Fand ich einfach spannend. Und wenn man sich anguckt, was erwünschte Sexualität ist in der Geschichte, dann geht das so wild hin und her, dass ich so wenig erkennen kann, dass das, wie kann man das sagen, dass das, also ich finde, das lässt große Zweifel an der biologischen Prägung zu, weil wir würden jetzt sagen, es ist völlig natürlich zum Beispiel Pädophilie scheiße zu finden. Nehmen wir jetzt einfach nur das Beispiel, weil es besonders krass ist. Und zum Beispiel das Antike Sparta, da war das sozusagen Erziehungsideal, dass kleine Knaben Sex mit älteren Herren hatten. Das war die gesellschaftliche Norm. Das war quasi vorgeschrieben, das war erwünscht. Also ich meine nur, so extrem krass kann das rumschreiten. Im Mittelalter war die Vorstellung, dass Menschen gleich sind, essentiell gleich an Rechten. Weil im Mittelalter eine absurde Vorstellung, das konnten sich die Menschen nicht vorstellen. Die Menschen kannten nicht mal das Konzept Freiheit wie heute als abstraktes, zusammenhängendes Konzept. Es gab nur einzelne Freiheiten, Privilegien. Alles das kam sozusagen erst viel, viel, viel später als die Idee überhaupt auf. Um ein anderes Beispiel zu nehmen, wo sich krass die Denkweise fundamental geändert hat. Und deshalb würde ich überhaupt nicht sagen, dass der Mensch da groß geprägt ist. Und ich halte das tatsächlich, so hart das klingt, dieses evolutionsbiologische Anlass zu sagen, ja, aber die Menschen intuitiv gruppen, 150 Leute und so. Ich halte das, so hart das klingt, persönlich für eine Schutzbehauptung. Ich glaube, das geht. Ich glaube, der menschliche Verstand ist immer in der Lage, das biologische Programm zu überschreiben. Wenn nur gewünscht, wenn anerkannt. In jeder Hinsicht. Sonst können sich auch Menschen nicht systematisch zu Tode hungern, in symbolischen Akten oder selbst verbrennen oder irgendwas. Die menschliche Philosophie kann jedes biologische Programm überschreiben. Und dementsprechend glaube ich, das ist eine Sozialisationsfrage. Diese Werte sind eine Sozialisationsfrage. Und ich bin halt einfach der Meinung, dass wir auf dieser philosophischen Sozialisationsebene als freiheitliche Bewegung historisch versagt haben und die Früchte davon ernten, dass wir in der Vergangenheit dabei so schlecht abgeschnitten haben. Das ist, wie gesagt, meine persönliche Perspektive. Ich habe die jetzt nur mal in der Breite dargelegt, um klarzumachen, wo wir, glaube ich, schon sehr fundamental in unserem Grundgedanken, was man kommunikativ erreichen kann, auseinandergehen. Ich würde denken, ich würde erst mal zustimmen, dass man mit dem Verstand, wenn man auf Kulturebene etwas etablieren kann, durchaus biologische oder naturgegebene Sachen überschreiben kann beziehungsweise abmildern kann. Von mir aus können wir auch da die Frage offen lassen. Ich würde nichtsdestotrotz sagen, dass die Mustererkennung eine dominante Strategie ist, um die Welt zu verstehen. Das heißt, man macht einen heuristischen Ansatz eher als einen logisch-deduktiven Ansatz, weil der sehr viel schwieriger ist. Und das hat, glaube ich, schon was damit zu tun, dass der tatsächlich auch kurzfristig der Effektivere ist, um irgendwas in seinem Alltag zu verstehen. Also die Mustererkennung ist einfach sehr viel nützlicher im Alltag. Und der logisch-deduktiv, es ist ja kein Zufall, dass die Evolutionstheorie über Jahrtausende, obwohl es so viele kluge Menschen in der Zwischenzeit gab, eben erst mit Darwin verstanden wurde. Oder dass die marginale Revolution im Wirtschaftskontext, dass die nicht früher verstanden wurde. Da muss halt erst mal jemand durchsteigen. Ja, da muss halt irgendwo jemand den Verstand anwenden und bereit sein, nicht einfach, ja, okay. Also ich denke, das ist schon so, dass wir da eine Problematik haben, dass die Ideen, die wir hier oder die von der österreichischen Seite her kommen, die verbreitet werden, das ist halt, das ist halt, es geht um Wahrheit. Ja, und das ist deduziert von gewissen Annahmen. Das ist eine logische Sache und das ist halt nicht das Thema für viele Menschen. Und dann gehen sie halt einfach, vielleicht ist da so ein bisschen dieser Pragmatismus-Angle vielleicht ganz, ganz, ganz brauchbar. Ja, man hat halt irgendwie eine Annahme darüber, wie die Welt funktioniert. Die ist einfach heuristisch etabliert. Ja, und dann trifft man von Tag zu Tag den Entscheidungen und fahrt dann halt auf Sicht. Und der Kontrast dazu ist, ja, wenn man halt Prinzipien hat oder Dogma, wenn man es will, wenn man es negativ ausdrücken will, dann, dann mag das erstmal nicht ganz verstanden werden, aber man denkt sich die Sachen ja vorher durch, damit man eben, wenn es darauf ankommt, wenn man unter Druck ist, schon im Vorhinein die Antworten parat gelegt hat. für den Fall der Fälle. Und, naja, das schwingt auch so ein bisschen jeweils immer so ein gewisschen Arroganz dann mit, wenn man sagt, naja, vor allen Dingen ist es immer, wenn es Entscheidungen von anderem betrifft. Ich meine, im Privaten kann ja jeder das so machen, wie er will und für sein privates Leben den Pragmatismus wählen und die Mustererkennung und seine Heuristik trainieren. Aber, wenn man dann anfängt, für andere Entscheidungen zu treffen und den Ansatz fährt, dann ist es halt, naja, du siehst die Leute halt nicht. Diese Gesellschaft ist groß, die Leute sind entfernt. Und wir reden hier von Millionen von Menschen. Und das ist halt eine Anmaßung von Wissen zu glauben, dass man da mit diesem Pragmatismusansatz, dass man den verfolgen kann, ohne dass das schiefläuft. Und das ist auch schiefgelaufen im 20. Jahrhundert. Und das ist halt, aber dieser intuitive, pragmatische Ansatz, der wird halt weiterhin verfolgt, weil es ist einfach nur nicht verstanden worden, welchen Schaden der andere richtet. Das ist, glaube ich, deswegen ist es, glaube ich, der Verweis auf die Ideen. Ich weiß keinen anderen Ansatz. Die Leute müssen diese Sachen verstehen. Eine Kultur aufzubauen, wo die Leute nicht verstehen, was die Prinzipien sind, die zu irgendeiner Schlussfolgerung führen. Wenn man das nicht hat, dann, glaube ich, wird das nicht von Bestand sein. Ja, also, vielleicht dazu ganz kurz. Ich bin mir nicht so sicher, ob das der ideale Gegensatz ist, weil ich zum Beispiel, ich halte die Nationalsozialisten für sehr prinzipiell und treu. Die haben fest von ihren Erbdingen geglaubt. Die haben trotz allem sehr, sehr fest an den malthusischen Gedanken geglaubt, sozusagen von der Lernknappheit und dass sie Lebensraum brauchen und so. Wo ich dir aber zustimme, ist auf jeden Fall die Tatsache, ist tatsächlich, die Menschen denken nicht genug nach. Vor allem die Menschen denken nicht genug über ihre Philosophie nach. Das klingt, und ich glaube, das liegt daran, und da sehe ich ein viel größeres Problem, dass wir, und das ist ein Werk sozusagen unserer kulturellen Klasse quasi, das ist, auch, und das fällt nicht vom Himmel, das ist auch durchaus gemacht, dass wir Philosophie und all diese Sachen als komplex und kompliziert und irgendwie entfernt von unserem Leben wahrnehmen. Und wenn du so einen Precht oder so siehst, der dann rumschwafelt, das ist auch, was der quasi erzählt. Philosophie ganz schwierig und so. Und das glaube ich nicht. Ich glaube, dass am Ende des Tages ist quasi jede unserer Handlung irgendwie gegründet in Philosophie. Trinke ich ein Glas Wasser, dann sind da intuitiv Annahmen darüber drin, wie das Wesen der Welt ist. Also es gibt eine objektive Realität, ich habe Bedürfnisse, ich unterliege Naturgesetzen, die sind zu befriedigen. Das ist eine philosophische Aussage. Wenn ich irgendwas einkaufe, ist da eine philosophische, eine ethische Wertpräferenz drin, warum ich das eine kaufe und nicht das andere. Das Problem ist, die meisten Menschen geben sich einfach einem Zustand hin. Vielleicht meinst du das ein bisschen mit Mustererkennung, wo sie einfach gucken, was die anderen machen und das nachmachen. Das halte ich für sehr dumm, weil das bedeutet, man ist nicht selber Lenker seines Lebens, sondern man wird einfach nur von den anderen gelenkt und macht nach, wie so ein scheiß Tier oder ein Fisch in einem Schwarm. Völlig dumm und unintelligent, weil man mitschwimmt. Und das halte ich für sehr, sehr falsch und ich glaube, es ist sehr wichtig, vielleicht sind wir uns da auch einig, die Menschen dazu zu bringen, darüber grundlegend nachzudenken. Das würde ich schon sagen, aber ich weiß nicht, ob sozusagen, also natürlich bin ich, denke ich im Prinzipien oder ich denke in einer kohärenten Philosophie, aber ich weiß nicht, ob, ich würde es aber trotzdem nicht ganz so leicht machen zu sagen, jetzt das Dogma ist gut, der Pragmatismus ist automatisch schlecht. Nö, würde ich auch nicht sagen. Das ist ja auch im privaten Leben, glaube ich, auch der korrekte Ansatz, der nützlichere Ansatz. Das glaube ich übrigens nicht. Nee, okay. Ich meine, das ist halt die Idee. Und wenn du eine kohärente Philosophie hast, solltest du sie haben im privaten wie im sonstigen Leben und das halte ich tatsächlich für das größte Problem von den Austrians, dass die von den Leuten immer erwarten und ich glaube, dass das schlecht funktioniert, dass die Menschen im privaten eine andere Philosophie haben als im politischen und öffentlichen. Und also die Austrians haben die Tendenz, die Menschen in ein beständiges Leben mit der kognitiven Dissonanz der Widersprüche zu stürzen, weil sie sagen, du kannst privat ein mega konservativer Christ sein, aber staatlich darfst du dich nicht einmischen. Das ist sehr, sehr unlogisch für Menschen. Wenn ich privat der Meinung bin, alle Abtreibungen sind Werke des Teufels und gegen die göttliche Ordnung, warum sollte ich dann nicht auch politisch dafür sein, dass sie verboten werden? Jetzt nur um ein Beispiel zu nehmen. Das heißt, du zwingst Leute in eine kognitive Dissonanz, weil ihre private Logik anders funktionieren soll als die öffentliche, staatliche, gesellschaftliche Logik. Das halte ich für sehr, sehr schwierig. Und ich glaube auch, dass das eine der Gründe ist, weil gerade so eher die klassische österreichische Schule bezieht sich halt nur auf Politik und Wirtschaft. Also die sagt ja nicht, wie du dein Leben leben sollst oder was sinnvolle Werte für dein Leben sein können. Dazu trifft die ja keine Aussagen. Ja, ja, wertfrei. Und sobald du eine Philosophie hast, die nur einen sehr begrenzten Bereich abdeckt und ansonsten wertfrei ist, füllt irgendwas anderes diese wertfreie Zone. Und das sind dann antifreiheitliche, antikapitalistische Ideen. Ich sehe das, wenn ich für die Eigentümer mich freischreibe. Schreibt er irgendwelche Artikel, dann schreiben die Leute, oh Gott, ich bin dagegen, weil das ist so kommerzialisiert. Oder, oh Gott, oh Gott, da ist der Sittenverfall. Das darf nicht sein, dass das so ungeregelt abläuft. Also du merkst sofort, wie durch dieses Private, durch diese privaten Vorstellungen, durch diese riesige Leerstelle, die die österreichische Schule lässt, sofort der antikapitalistische Geist quasi sofort wieder zurückkommt. Und dann langsam anfängt, sich von da aus wieder auszubreiten. Ich bin der festen Überzeugung, dass von ganz, ganz vielen, die heute unter irgendwie Liberalkonservative oder teilweise auch Libertär laufen, Rechtslibertär, so Hoppe-Style, dass sobald die erstmal die Macht im Staat haben, die einen Teufel tun werden, die Freiheit aufzubauen. Das ist meine feste Überzeugung, weil ich glaube, dass es so viele private Wertvorstellungen gibt, die inzwischen reingesickert sind, die viel, viel stärker sind als dieses innigchen wertneutrale politische kleine Programm an der Oberfläche. Na, ich glaube, du, 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 okay, so viele Punkte. Der Ansatz, also ich hoffe, ich hoffe innigst, dass niemals solche Personen irgendwo an der Macht kommen. Also der Gegenansatz ist ja nicht irgendeine libertäre Partei oder zumindest ist es nicht seit einem Marktradikalen, sondern das ist eben so von Grund auf. Also Bitcoin ist da aktuell die präsenteste Erscheinungsform von diesem Phänomen, dass man eben von Grund auf, ja, also von klein auf eine Bewegung hat, wo Leute verstehen, wo die Reise hingeht, wo ihre persönlichen Anreize sind und wo, wo, wie diese vereinbar sind mit denen anderer Menschen und dann halt entsprechend Maßnahmen ergreifen, um, um die Sache Wirklichkeit werden zu lassen. Das ist ja, das ist halt alles kein politischer Ansatz. Also ich glaube, das ist ein bisschen zu sehr das aktuelle Weltbild vom aktuellen Weltbild. Das ist ja dieses Ding mit der Demokratie, dass man da halt, jeder muss über alles mitentscheiden, von oben herab. Jeder muss gedanklich sich irgendwo als der Herrscher oder der Diktator, okay, wenn du König wärst, wenn du Bundeskanzler wärst, wie würdest du das machen? Das schwingt so in dieser Frage halt mit. Ja, das ist, die Frage ist halt, ich denke, die Frage ist nicht interessant. Der Ansatz ist eher ein anderer, aber okay, wie schafft man es vom Grund auf, diese Sachen so zu umzusetzen? Ich glaube, der Unterschied ist hier vielleicht ein gutes Stück, ob man sagt, das ist jetzt die interessante Frage, würdest du sagen, das Private ist politisch? Das Private ist, weiß ich jetzt nicht, ob man das so beantworten kann. Bezüglich diesem privaten Öffentlichkeits- Dissonanz, die du angesprochen hast. Ich denke, das Problem ist halt, für einen Menschen ist es, wenn er jemanden kennt, wenn er einen Ruf hat mit einem anderen, da ist halt die Dynamik eine ganz andere als für einen Fremden oder für Millionen von Fremden. Ja, man hat halt Möglichkeiten, Leute zur Rechenschaft zu ziehen. Und im Privaten kann ich deswegen viel besser mit dem Pragmatismus, mit der Intuition arbeiten, weil das ist ja auch geprägt, das ist ja auch, und wir haben auch von mir aus Kultur oder Prägung, Kultur oder Natur, kann man ja wieder dahingestellt lassen, aber wir haben das irgendwie drauf, dass wir mit unseren Mitmenschen sehen, okay, der ist in Ordnung oder der, mit dem hat es sich bewährt, der hat sich als Freund bewährt oder man kann im Privaten halt sehr viel doch diesen Kollektivismus von mir aus ausleben, weil man halt eben diese Möglichkeiten hat, Leute auszugrenzen, falls sie mal doch irgendwo ein Fehltritt sich leisten. Oder weil man sich über Jahre merken kann, okay, ich habe mir, der hat das mal damals für mich gemacht und jetzt ist er eine Bredouille und jetzt werde ich deswegen solidarisch mit ihm sein. aber auf der Ebene von Millionen hat man halt diese Mittel nicht, man hat diese, man sieht diese Person nicht, man, wenn man da eine Solidargemeinschaft von, über Millionen von Menschen ausruft, dann ist er halt Tür und Tor aufgemacht für Missbrauch, weil man eben nicht diese Mechanismen hat und da ist eben der Gegenansatz, dass man sich auf Pareto optimaler, also immer für beide Seiten vom Vorteilhaften, vom Vorteil, dass man sich auf solche Tauschverhältnisse beschränkt, das ist halt eher der Ansatz, der korrekt ist, der, wenn man tatsächlich durch die Ideologie durchsteigt, durch die Ideen, dann findet man heraus, dann findet man heraus, dass das eher funktioniert. Ja, also das ist, glaube ich, diese, warum diese Dissonanz gerechtfertigt sein kann und ja, aber die Leute steigen halt nichtmals in diesen Ideen rein und verstehen deshalb nicht, warum das schief läuft und glauben und wenden dann intuitiv ihre Sachen aus, ihre Denkmuster aus dem, was sich im Privaten etabliert hat, auch auf die, auf die große Ebene an. Da würde ich aber genau sagen, weil ich würde nämlich sagen, das Private ist faktisch politisch, das wollen oder nicht. Ich weiß nicht genau, was du damit meinst. Ich meine damit, dass dein privates Leben, deine private Moral, deine private Entscheidungsthemen überhaupt nicht getrennt ist von deiner politischen. Wenn du, was mit der verbreitetste moralische Entscheidungssatz in Deutschland ist und einer der bösartigsten und dümmsten, die es gibt, nach der Moral lebst, die Wahrheit liegt in der Mitte oder ich strebe die goldene Mitte an oder es ist besser, sich von extremen Fernseharten. Das ist ein unglaublich verbreiteter Satz und das wenden Menschen im Privaten genauso wie im Politischen an. Das ist ein allgemeiner Entscheidungssatz, den Menschen immer anwenden. Die wenden das privat an. Wenn die überlegen, was für ein Auto, die sie sich kaufen, dann sagen, ja, dann nicht das teuerste, nicht das billigste, goldene Mitte. Oder wenn die essen gehen, dann nehme ich das billigste Restaurant, nicht das teuerste, sondern goldene Mitte. Das ist unglaublich verbreitet. Und genauso gehen die Menschen dann auch in die Wahlkabine. Die wählen dann auch die Mitte und nicht irgendwelche extremen Ränder, weil die Wahrheit ist ja sozusagen der Kompromiss dieses Mittelding. Und ich bin der Meinung, es kommen auch überhaupt sehr, sehr viele überhaupt nicht auf solche libertären Ideen, dieser österreichischen Ausprägung, weil, was du ja auch so gesagt hast, die Menschen jetzt plötzlich im politischen, gesellschaftlichen, völlig andere Entscheidungssystem nutzen sollen, als im Privatleben. Und das halte ich für genuin unpraktisch. Das ist einfach anstrengend. Also es macht die Sache anstrengend, weil du immer hin und her springen musst. Und ich glaube, ich glaube auch nicht, dass sozusagen, wenn du Kollektivismus im Privaten ausleben willst, schwapp dir früher oder später mal die Politik rüber. Ich bin der festen Überzeugung, weil die Menschen im Privaten in der Meinung sind, die starken Schultern müssen mehr tragen. Der aus meinem Bekanntenkreis, der schön viel Geld hat, der kann mich auch mal ruhig einladen, ohne sozusagen Gegenwert. Weil es diese Gedanken im Privaten gibt, gibt es sie auch im Politischen in der Solidargemeinschaft. Und der gleiche Satz, quasi mehr tragen wird, im Privaten genauso gesagt in der Familie wie im Politischen. Und am Ende hast du im Privaten das gleiche Ergebnis wie im Politischen. Die fähige Person wird zugunsten der unfähigeren Person ausgeplündert. Und deshalb bin ich der Meinung, glaube ich nicht, dass ein System funktioniert, wo diese beiden Ebenen getrennt oder unabhängig voneinander funktionieren sollen. Ich glaube nicht, dass das stabil ist. Ich glaube, dass das unnötig anstrengend und kompliziert ist, dass Menschen das nicht gut können. Ich stimme dir voll zu, aber die Sache ist halt, dass du von der Prämisse aus geht, dass sie es tatsächlich demokratisch entscheiden sollen. Also das ist halt, du hast das Framing akzeptiert des Staates. Also demokratisch entscheiden. Also das hat ja damit nichts zu tun. Oder anders. Wie meinst du das genau? Weil vielleicht gibt es hier Missverständnisse. Erklär gerne mal kurz. Naja, also das ist dieser Punkt mit dem, was würdest du machen, wenn du Bundeskanzler wärst oder Herr König wärst. Also das ist halt das Framing, die Frage. Der Teufel braucht sich ja keine Sorgen um die Antwort machen, wenn er die Frage stellen darf oder bestimmen soll. Und das ist halt die Ausgangsvermisse, dass wir überhaupt alle gemeinsam, dass das so entschieden werden soll. Ja, also und das ist halt, da gehen wir halt auseinander. Ich meine, du bist auf der Inhaltsebene, magst du ja sehr viel näher von uns sein, aber auf der Ausgangsprämisse sagst du ja, okay, es soll schon diesen Staat sein, der irgendwie dieses Recht vorgibt. Und wir müssen da irgendwie, du kannst ja, vielleicht will der jetzt nichts unterstellen, aber das höre ich so raus, dass ja, also wenn man dieses Framing akzeptiert, dann hast du vollkommen recht. Und das ist ganz natürlich, dass die Leute, diese privaten Ansätze, weil sie eben nicht die Zeit sich nehmen, um die durch die Ideen durchzusteigen, dass sie diesen Ansatz aus dem Privaten übertragen werden in die Öffentlichkeit. Das ist, da hast du vollkommen recht. Aber das ist halt, das Framing muss halt abgelehnt werden. Ich würde da ganz, ganz hart sagen, tatsächlich, vielleicht ist das das Missverständnis, was wir als Framing haben wollen, ist scheißegal, wenn wir in einer Realität sind, wo es einen Staat gibt, der über Mehrheitsentscheidung funktioniert. Das ist das. Egal, wo wir hinwollen, wir müssen da irgendwie, ich als Normalstaater, ich muss einen Weg finden, diesen Staat reinzumachen. Du als Anarchist, wie gesagt, ich glaube persönlich nicht an deine Anarchie, aber du als Anarchist musst eine Möglichkeit finden, den Staat wegzukriegen. Das kannst du nicht alleine machen, das musst du mit vielen anderen Menschen machen. Das heißt, und das bleibt auch nur so, wenn viele andere Menschen deiner Meinung sind, musst du überzeugen. also im Endeffekt über die Abstimmung mit Füßen nicht drumherum. Und die wird es immer geben. Wenn in einer Anarchie 90% der Menschen denken, Privatkommunismus ist gut, dann wird von einer Anarchie nach einem, also es ist halt eh keine Anarchie, länger als zwei Wochen, aber dann wird von einer Anarchie erst recht nichts übrig bleiben. Quasi. Und deshalb sehe ich jetzt nicht, wo ich ein falsches Grundframing übernehme. Ich mache mir einfach Gedanken darüber, wie kriegen wir eine schöne kapitalistische Welt. und dafür ist es nun mal entscheidend oder dafür, es wird immer sozusagen Politik, immer Kollektiventscheidungen geben. Und Menschen werden immer die Tendenz haben, andere Menschen, wenn das aus ihrer Privatmoral folgt, zwangsweise in ihre Moral mit reinzuziehen und sie ihren Entscheidungen zu unterwerfen. Und deshalb muss das auf der privaten Ebene, so meine feste Überzeugung, auch angehen, weil du kannst nicht sozusagen die politische Ebene abtragen und dann hast du ganz viele kollektivistisch denkende Menschen, die werden dir sofort jede Unfreiheit wiederbringen, sobald die die Gelegenheit haben und die wird kommen. Naja, also die Hauptidee, die sich etablieren muss, ist eben, dass es nicht in Ordnung ist, Zwang auszuüben. Also, dass das nicht als Mittel, um seine Ziele zu erreichen, also mit der Waffe das Geld aufzutreiben, um eine Schule zu bauen, das ist halt kein legitimes Mittel. Also, Gewalt zur Selbstverteidigung, ja, und da kann man auf, würden wir wieder zu sehr auf die Inhaltshebene runtersteigen, glaube ich. Aber ich glaube schon, dass man diese Ideen Menschen transportieren kann. Ja, also, ob man die selber tatsächlich, ob wir die kommunizieren müssen oder ob sie rein aus der Erfahrung dann das selber entdecken, naja, also die DDR ist ja auch nicht mehr, beziehungsweise, ja, das gab jedenfalls den Fall der Mauer und da haben sich Leute auch, haben die Leute ja auch eine Erfahrung draus gezogen. Also, es ist nicht so, dass, ja, wir müssen nicht selber das persönlich, die müssen es halt entdecken, die müssen es verstehen, also, ob wir überhaupt als Bewegung das schaffen werden, jeden zu überzeugen, ich meine, vielleicht ist das so eine Sache, wo man dran arbeitet. Also, diese Ideen, soweit sie transportiert werden, wird nur im Rahmen vom Diskurs passieren. Ja, also, das ist ja auch das, was wir machen. Diese Diskursbereitschaft, die muss, glaube ich, hochgehalten werden, etabliert werden, weiterverbreitet werden und da sind wir wieder ein bisschen bei diesem Medienbruch, also der Umschwung zu den, zu den freien Medien, nicht mehr zu den zentralisierten Medien, dass jeder halt, dass viele mehr zur Sprache kommen und Diskurs miteinander haben, dann haben diese Ideen, glaube ich, schon auch eine größere Chance. Aber im Wesentlichen, aber, das glaube ich nicht, also, das glaube ich tatsächlich nicht, weil, was sind die Alternativmedien? Die Alternativmedien sind im größten Teil eine riesige Ansammlung von bekloppten Kollektivisten und autoritären Staatshörigen, die nur der Meinung sind, Politik muss mal richtig gemacht werden oder jede Scheiße müsste demokratisch entschieden werden. Ich meine, guck dir die Basis an. Die begann bei einer eigentlich freiheitlichen Forderung, genau, wie die AfD ja eher trotz allem eher in dieser Richtung begann und ist völlig abgedriftet in beklopptem Kollektivismus. Und das ist ja nicht nur da so. Das passiert uns in Hekien-Freiheitsfreunden ja ständig. Warum? Weil die Menschen ja nicht sozusagen, die sind in unserer Gesellschaft ja nicht geistig blank, sondern die haben bestimmte, da stimme ich dir ja zu, deshalb sage ich auch, wenn man in der Vergangenheit verkackt, bestimmte Entscheidungslogiken, nach denen die handeln. Und wenn die AfD sagt oder Bernd Lucke gesagt hat, Euro doof, dann haben, oder wir heute sagen EZB doof, dann ist der intuitive, der Gedanken der Menschen nicht EZB abschaffen, freies Geldsystem. Das kennen die nicht. Das ist eine sehr lange Kette. Deshalb zum Beispiel sehe ich auch dieses Thema EZB abschaffen, Inflation für die Batterie kritisch, weil du musst die Menschen folgende geistige Kette entlang führen. EZB doof. Das Problem ist aber nicht nur EZB, sondern das EZB ist grundsätzlich staatliches Geldmonopol. Staatliches Geldmonopol führt weg, Schritt drei, Schritt weg vom natürlichen Geldmarkt. Dementsprechend besser freies Währungssystem für natürlichen Geldmarkt. Das sind vier Schritte. Der Nationalist muss nur einen Schritt gehen. EZB doof, bei der D-Mark war es besser. Bumm, fertig. Der Nationalist wird dich immer besiegen, weil seine Argumentation kürzer, einfacher und intuitiver ist. Und das ist auch genau in der AfD passiert. Die ganzen Wirtschafts-Liberalen haben alle völlig verkackt. Warum? Weil die intuitive Antwort der Menschen auf EZB-Probleme nicht war, oh, ich lese ein Wirtschaftspaper von einer Heilgesellschaft, wie das besser sein könnte, wie man das marktfrei auf den Markt machen kann, sondern weil die intuitive Gedanken der Menschen war, stimmt EZB blöd, also den Markt zurück. Genau das passiert. So meine Überzeugung. Deshalb glaube ich auch nicht, dass es sozusagen auf der Ebene funktioniert. Naja, die Leute hören ja erst dann zu, wenn sie, es muss erst eine Bereitschaft da sein, diese Ideen tatsächlich nachzuvollziehen. Und es gibt einfach einfache Botschaften, wo man, glaube ich, schon diesen Anreiz schaffen kann, wo man sagen kann, okay, also wieder von den Grundideen ausgehend, du willst irgendwas, andere Leute wollen auch irgendwas. Und wenn du als Ausgangsprämisse annimmst, dass es in Ordnung ist, deinen Willen, anderen aufzuzwingen, weiß nicht, wie weit das der Gesellschaft, dass das so eine zivilen Ordnung, der Zivilisation wirklich dienlich ist. Und also mit diesem Ausgangspunkt, also du sollst deinen Willen nicht irgendwem anderen aufzwingen. Und das ist halt einzig und allein das, was der Staat, wozu, das ist das Kernding, was der Staat halt macht. Jedes Gesetz ist halt das Gewaltmonopole, der wird halt damit umgesetzt und dein Wille ist damit immer mit Zwang verbunden. Das ist halt der Ausgangspunkt. Und der ist nicht so kompliziert zu vermitteln, wenn die Leute dann irgendwann mal zuhören würden. Aber wenn man den Ausgangspunkt hat, dann sind die anderen Ideen, dann ist der Anreiz geschafft da, um tatsächlich sich damit zu beschäftigen. Aber, ja. Wenn ich was sagen darf, ich finde den Ausgangspunkt aber in gewisser Weise oberflächlich, weil, habe ich auch schon gesehen, also auch auf dem Liberty Rising Discord und so, wir haben ja häufig ja auch immer, dass da irgendwelche Kommunisten oder Rechten vorbeikommen oder so, und habe auch Online-Videos gesehen, musste letztens, oder was heißt musste, habe ich natürlich dafür entschieden, bei der Grauzone mit dem Schadmacher diskutiert und so, und wir haben ja auch Videos von dem angeguckt. Deine gesamte Argumentation macht sofort einen Auffahrunfall, sobald die andere Person sagt, ja, Zwang gehört halt zur Welt. Da kommen wir nicht raus. Das ist halt so. Warum nicht? So. Deine gesamte Argumentation, alles was du hast, hat in diesem Moment einen Auffahrunfall und das war es für dich. Ja, ich kann ja auch nicht jeden überzeugen, das ist schon so, das ist schon richtig. Naja, es gibt solche Leute, der größte Lehrmeister ist ja der Schmerz und vielleicht ist das dann die Konsequenz aus der Diskussion, dass man da, ich bin ja nicht so, dass ich die Zukunft vorhersehen könnte, eventuell ist es ja die Kommunikation, ja, man muss halt die Inhalte bereithalten für den Moment, wo jemand tatsächlich aus seinem Schmerz lernt oder zumindest den Anreiz bekommt, sich damit zu beschäftigen, wo bin ich denn schiefgelaufen und bis es soweit ist, dann wirst du genau, wie du es eben schilderst, und dann wird er einfach, ja, solche Takes raushauen. Ja, also es ist ja schon so, dass diese Sache mit der Willensgleichheit eine philosophische Grundlage hat, womit man sich beschäftigen müsste, warum eben, ja, das wäre wieder zu sehr an die Inhaltsebene. Wir könnten, eigentlich wäre das ein ganz guter Punkt, entweder mal um Moralisierung zu reden oder aber vielleicht noch mal von den Grundlagen her über quasi Hinderungsfaktoren, weil wir hatten die Medien, wir hatten jetzt zum Beispiel noch nicht das Thema Bildung oder wie man sich, was finde ich eine spannende Frage ist, zur aktuellen Politik verhält. Na, das wäre, also ich habe das zumindest, wenn du damit das hier meinst, die Politik der FDP, also warum man jetzt nicht unbedingt gibt es, also es gibt diesen Tenor unter den Marktradikalen, dass die FDP alles nur Sozialisten sind. Das ist halt, ja, aber das ist von meiner Seite wieder nur dieses Framing, ne, also du hast am Anfang als Framing akzeptiert, dass Sachen demokratisch entschieden werden sollen, dass der Zwang ist legitim und, naja, es ist halt bei Institutionen die Tendenz so, dass sie nicht sich selber abschaffen wollen. Ja, also da ist eine Dynamik am Werk, wo sich Leute da, die, die, die Institutionen vorantreiben, sich etablieren und diejenigen, die denken, die Institution sollte abgeschafft werden, weil sie hat entweder ihre Aufgabe erfüllt oder die Aufgabe ist nicht so lohnenswert oder warum auch immer, nein, die sind dann halt raus aus der Organisation und, naja, eine Partei wird sich nicht abschaffen und der Staat wird sich nicht abschaffen und die Dynamik ist, glaube ich, deswegen, also man sollte, oder ich halte den politischen Weg deswegen für relativ fruchtlos. Was siehst du denn als Alternative? Na, der Markt, ne, also das ist, also wie, 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 das ist sehr diffus, eine der Sachen, die ich gelernt habe, niemand ist überzeugt, wenn man sagt, der Markt regelt das schon, einer der schlechtesten Argumente, die man haben kann, zu Recht, weil man sagt nichts, man sagt, ich glaube an irgendeine, eine diffuse wirkende Kraft von allen Menschen, klar, das folgt irgendwelchen Regeln, aber schlecht, also führe sie gerne mal aus. Naja, stell dir die Frage, okay, wenn du König wärst, wie würdest du das Brötchen dafür sorgen, dass die Brötchen in den Regalen stehen, dass jeder genügend Brötchen sich zu einem angemessenen Preis kaufen kann, wie würdest du dafür sorgen, sag mir die Antwort darauf, konkret jetzt, ich will nicht irgendwelche diffusen Sachen hören. Ja, das ist halt das Ding, der Markt regelt und du weißt es halt nicht, du musst dich halt damit nicht beschäftigen und das ist ja auch der Grund, das ist wieder das Thema von vorhin, also warum ist die Natur so wie sie ist, ja Gott hat es gemacht, so war lange Zeit die Antwort. Ja nee, da sind andere Mechanismen am Werk, dann musst du halt lernen zu vertrauen, okay, es gibt dieses Ding mit dem Pareto optimalen Tausch, na, also der Bäcker, wenn du hingehst zu ihm, deine Brötchen kaufst, dann hat er was davon, der will eher das Geld haben, als die Brötchen, die er bei sich hat und du willst umgekehrt lieber das Brötchen haben, als das Geld, was du bei dir hast. Keine Sorge, du musst mir nicht den Marktmechanismus erklären, das ist mir schon klar. Ja, das ist halt der Pareto optimal, also ich kann nur auf die Mechanismen halt verweisen, ja, der Pareto optimal und in diesem Rahmen, dann, das ist halt eine kreative Leistung, die, oder wie war es beim Ford, ne, wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie haben wollten, dann hätten sie gesagt, sie wollten einen schnelleren Pferd, ja, aber man muss sie, es gibt da Leute, Unternehmer, die unterwegs sind und sich Gedanken machen, wie können Menschen besser miteinander kommunizieren, besser miteinander Verträge schließen, besser vereinbaren und ihre Probleme lösen und die Grundfrage, das Framing, was da mitschwingt, ist halt, ja, okay, wie schaffen wir gemeinsam von oben herab, also wenn man die Politik angeht, dann wie, wie, wie regeln wir das alle gemeinsam, das ist halt die falsche Frage, das ist die Frage vom Teufel. Also nicht, dass ich religiös wäre, aber so wird das ja, der Teufel braucht sich keine Sorgen machen um die Antwort, wenn er die Frage stellen darf. Ich glaube, wir sind uns einig, auch, dass das die falsche Frage ist, so ist das nicht, wobei, natürlich müssen sich am Ende die Menschen darauf einigen, auch nicht Interventionen sein, so auf die sich Menschen einigen müssen am Ende des Tages. Aber ich weiß nicht, eigentlich ging es mir aber mal in eine andere Richtung und zwar noch mal um die Frage, was ist gute Kommunikation zum Beispiel auch, was betrifft, wie, wie, sagen wir, offensive man in die Fresse ist. Wie viele FDPler habt ihr schon dadurch überzeugt, dass ihr die FDPler alle als Sozialisten beschreibt? Ich finde darüber keine Statistik, also es gibt bei uns Leute, die ehemals bei der FDP waren, also, weiß nicht, ich habe da keine Statistik drüber. Weil, weil zum Beispiel, ich glaube nicht an diese Strategie, ich halte sie tatsächlich, ich halte es auch gut, dass hier zwar ein Unterschied für sachlich falsch, die FDPler sind keine Sozialisten. Sie sind teilweise ein bisschen Sozialdemokratin, aber klassische Sozialisten, würde ich sagen, sind sie nicht. Sie sind, so glaube ich, zu einem ganz, ganz großen Teil eigentlich Anhänger auch der Ideologie der Mitte, nämlich diesem Gedanken, man braucht doch nur einen Ausgleich. Das, glaube ich, ist auch deutlich verbreitet als klassischer Sozialismus. Aber das ist halt auch die Frage, wie geht man vor? Ich glaube, da gibt es nämlich auch einen Unterschied. Liberty Weising gemütigt sich, glaube ich, mehr darum, ideologische Brücken zu bauen, scheint mehr als die Marktradikalen. Die Marktradikalen hoffen eher darauf, dass sie die Leute mit in die Fresse provozieren. Jetzt nicht unbedingt, dass das, wir haben, glaube ich, beide nicht genug Datenlage, um zu sagen, was besser funktioniert. Aber die hauen die Leute das eher in die Fresse und hoffen dann, dass die Leute irgendwie so verstört, aber auch interessiert sind, dass sie sich danach damit ja beschäftigen. Das ist ja mehr so die Marktradikalen-Strategie, würde ich sagen. Zumindest jetzt von dem, was nach außen ist. Erstmal die Leute sozusagen, die Leute quasi einen klatschen und die Hoffnung, dass die Leute dann neugierig werden und sich fragen, was hat mich da geklatscht. Kann man das so sagen? Ja, also, ich würde wieder auf das Aushängeschild verweisen. Also, in die Fresse zu schlagen, das sind halt wichtige Ideen, mit denen sich Leute beschäftigen sollen und wir sind bereit, in den Diskurs zu treten. Diese Diskursbereitschaft auf Seiten von anderen ist nicht unbedingt immer da, aber ich beobachte schon eine Tendenz, dass immer mehr Leute sich damit beschäftigen. Aber das ist halt der Grund, warum man das so ja macht. Das ist, damit die Leute, okay, irgendwo an den Kopf gestoßen werden und merken, okay, da ist irgendwas, was nicht in mein Weltbild passt und dann hat man vielleicht bei den einen oder anderen Neugierde geweckt, was es damit auf sich hat. Ich würde auch diese Sache mit der Kultur, also, dieser Gegensatz zu dem Liberty Rising Ansatz, also, der Vorteil von der Wertfreiheit ist halt, man versperrt sich nicht den Weg für viele. Also, wenn man auf die Wertebene absteigt, vielleicht aufsteigt von mir aus, muss man jetzt nicht irgendeine, wie immer auch sein, wenn man auf die Wertebene ist, dann verstößt man viele, weil, naja, Werte sind halt subjektiv und es sind persönliche Präferenzen und es gibt unterschiedliche Menschen, die mit unterschiedlichen Lebenswegen und wenn du anfängst mit, okay, du musst jetzt irgendwie Leistung oder darfst nicht kiffen oder sowas, dann ist es halt, ja, das ist halt eine, du injizierst damit eine, aus meiner Sicht, subjektiven, persönlichen Präferenz, die von mir aus auch nachvollziehbar ist, aber die muss nicht unbedingt geteilt werden und die Ideen sind ja, also, zumindest die Ideen aus dem österreichischen Ansatz her, sind ja wertfrei und man muss diese Leute nicht verstoßen, ja, sie können diese Ideen akzeptieren und verstehen, wie die Welt funktioniert und dennoch ihre, und dann sagen sie sich, okay, die haben dann ein besseres Bild vielleicht davon, was die Konsequenzen ihrer Wertentscheidungen sind, ja, weil sie jetzt die Welt besser verstehen und sehen, okay, Kiffen hat diese Konsequenz zur Folge und hören dann vielleicht, überlegen sie sich das dann vielleicht nochmal, aber grundsätzlich ist es nicht, also, auf die Werthebene zu gehen oder davon auszugehen, naja, man verstößt da halt Leute unnötig, denke ich. Also, zum einen muss ich sagen, jetzt auch sagen, Zwang ist falsch, ist auch eine Wertentscheidung, würde ich sagen, so gesehen halte ich das für Selbstbetrug, zu sagen, man ist wertfrei, wenn man Rothbard liest, Rothbard ist fies, aber sicher nicht wertfrei. Ja, also, da würden wir, das ist, ja, du hast prinzipiell recht, aber, ja, man kürzt viele Sachen einfach ab von der Erklärung her, das ist schon richtig. Trotzdem würde ich sagen, es ist nicht wertfrei, aber der andere Punkt ist, ich halte das tatsächlich für falsch, weil das bedeutet, sich zu öffnen für jedes, jedes Bauchgefühl und jedes Gejammer, was ein Mensch haben kann, egal wie absurd und abwegig und, das ist ja, Werte sind halt alle irgendwie subjektiv, aber was kann ich da schon wissen, ach, da kann man doch nicht drüber reden. Das ist aus meiner Sicht glaube ich, wenn man sagt, ja, über Kunst kann man nicht reden, alles ist irgendwie Kunst. Man kann darüber reden, aber als Teil der Botschaft, das, was die richtige Antwort ist, rauszuhauen, das ist glaube ich, was anderes. Das meine ich mit und ich bin der festen Überzeugung, ihr holt euch damit Massen an Werterei in die Bewegung, die eigentlich der Freiheit widersprechen und was entsteht, sind so verunstaltete, ekelerregende Zombie-Konstrukte wie Paleo-Libertarismus. Wir sind irgendwie für Freiheit, aber sobald es in Abtreibung geht oder Gott und die Kirche oder so oder darum geht, Obdachlose von der Straße zu prüfen, sind wir irgendwie nicht mehr so richtig für die Freiheit, weil das gefällt den Rechten und das ist uns irgendwie wichtig. Also ich bin der Meinung, wenn du das so machst, dann machst du dir deine Bewegung kaputt, weil sie hat da nicht genug Fundament. Ich glaube, alles, was deine Bewegung da nur ist, ist nur ein einziges großes Anti-Irrstaat irgendwie doof. Und ich würde sagen, ja, ganz, ganz viel von dem, was Libertarismus ist auf der Welt aktuell, ist irgendwie nur so ein diffuses, defensives Staat irgendwie doof. Ich meine, nimm nur die unsere bevorzugte Flagge, die Getschen-Flagge mit Don't Tread on me. Ja, er hat so einen leicht aggressiven Charakter, aber im Wesentlichen ist es ein Mi, 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 lass mich doch in Ruhe. Ich glaube nicht, dass das für die Mehrheit der Menschen besonders sexy ist, wenn dein gesamtes Ding nur ist, Mi, 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 lass mich in Ruhe. Das glaube ich nicht. Ich glaube, du kannst den Menschen, es ist sinnvoll, den Menschen moralisch mehr zu bieten und zu sagen, nein, wir glauben eben nicht, dass die Welt nur daraus besteht, dass du irgendwelche komischen, abwegigen Bauchgefühle hast und das dann irgendwie machst. Und ich glaube auch nicht, dass es wie gesagt gut in der kapitalistischen Welt zusammengeht. Ich bin der festen Überzeugung, das macht deine kapitalistische Welt kaputt, weil deine komischen Bauchgefühle nach und nach deine politische Ebene fressen. Und das würde ich sagen, ist bei der Padeo-Bewegung passiert, das ist davor passiert, bei Rothbard, als der mit den quasi 68ern und Vietnamkriegsgegnern in ein Boot gestiegen ist. Da kam dann irgendwie der Sozialismus hintenrum ganz viel rein. Und ich glaube, das ist genau das Ergebnis. Und deshalb glaube ich, hat zum Beispiel Rothbard auch einfach genau aus dieser strategischen Überlegung sich an jeden Scheißdiktator so ziemlich der Weltgeschichte irgendwann mal rangehängt und geschrieben, dass Che Guevara ein toller Revolutionär ist und dass sie ihn eigentlich recht hat, weil er den Staat abschaffen will und dass Stalin eine friedliche Außenpolitik hat und dass Hitler nie erobern wollte. Das ist ja alles, was Rothbard geschrieben hat. Warum? Weil er eben auf dieser Werteebene so blank ist und deshalb ihm da der entscheidende Kompass fehlt. Und du deshalb zu einem Fähnchen im Wind wirst, was immer nur klingt. Groß ist gerade die größte Gruppe, die irgendwie den Staat hat. Aber ich glaube nicht, dass das eine stabile, da auf der Bewegung wird. So meine Überzeugung. Etwas ist, was man herausstellen sollte als, ich finde das okay. Ich finde das gut. Ich finde, das ist ein Zeichen von der Idee Leben und Leben lassen. Also, und der Ansatz, wenn du sagst, das ist problematisch, dann denke ich, das rührt daher das von einer Art kollektivistischen Denken, dass wir uns alle irgendwie tatsächlich gegenseitig, naja, wir müssen uns alle irgendwie einig werden über solche Sachen. Naja, also, wir müssen uns nicht über alles einig werden. Ihr macht euer Ding, wir machen unser Ding und, und, äh, ja, solange, solange man nicht irgendwie sich an die Kehle geht, dann ist das ja auch in Ordnung. Also, ich denke, das ist, äh, ähm, und die, was über diese Unterstellung über Rothbard angeht, da bin ich jetzt nicht gerade akut drin, äh, um da dagegen zu sagen, was berechtigt ist oder was nicht. Aber, grundsätzlich ist es schon diese, also, ich finde diese, das, diese kollektivistische Ansatz, der dringt da so ein bisschen durch, muss ich sagen. Ähm, halte ich für ein Missverständnis. Es ist eben kein Kollektivismus. Ich bin überzeugter Individualist. Ich bin nur der Meinung, dass, dass es, äh, dass sozusagen Leben durchaus eine Sache ist, die nicht von der Rationalität gelöst werden kann und dass es nicht ein subjektives Bauchgefühl ist, erfolgreich zu leben oder zu leben. Und dass man nicht so tun sollte, als sei es nur subjektives Bauchgefühl. Wenn du nichts produzierst, überlebst du nun mal nicht. So ist es halt. Der Mensch muss produzieren, um zu überleben. Denn, und egal, was du sagst, egal, was dein subjektives Gefühl ist, an dieser objektiven Realität wirst du nichts ändern können. So meine Überzeugung. Deshalb würde ich nicht sagen, Kollektivismus. Du kannst sagen, es ist dir vielleicht so dogmatisch. Oder, oder du glaubst nicht, dass man so viel Realität erkennen kann, weil der Mensch fehlbar ist und nur begrenzt was weiß. Das kann ich alles verstehen. Aber ich würde nicht sagen, dass es kollektivistisch ist. Ich würde sagen, es ist einfach der Glaube. Es gibt eine objektive Realität. Wir können sie erkennen. Wir können daraus etwas ableiten, wenn wir erfolgreich leben wollen. Ja, das ist ja wieder die Inhaltssebene. Da könnten wir ja ausgiebig darüber diskutieren. Also, ja, jeder hat Wertentscheidungen. Ja, klar. Also, ich würde da mitgehen. Und jeder hat Wertentscheidungen. Und es gibt so eine, ja, irgendwann, manche Wertentscheidungen sind halt nicht miteinander vereinbar. Also, wenn irgendjemand sagt, okay, er will hier Lebensraum oder sowas, dann, okay, dann ist irgendwann Schluss. Wertentscheidungen sind zwar subjektiv, aber sind nicht unbedingt miteinander vereinbar. Und man trägt, natürlich trage ich dann auch, das ist ja schwer vermeidbar, eigene Wertentscheidungen auch mit zum Teil. Und es gibt dann, okay, andere Werte. Also, ich bin da, ich bin da, wie sagt man, akzeptiere da andere Wertentscheidungen durchaus, solange sie tatsächlich mich in Ruhe lassen. Ja, also, ich bin da nicht so, habe nicht so das Bedürfnis, anderen vorzuschreiben. Hier, das ist, das ist nicht korrekt. Das ist nicht, diese religiös Fundamentalisten, die sind abzulehnen und damit soll man sich nicht assoziieren oder sowas, weil, ja, irgendwie andere Wertentscheidungen. Nee, die Frage ist, was ist so der Minimalkonsens, den man, worauf man sich wirklich einigen muss und darüber hinaus, bin ich bereit zu sagen, okay, man geht ein Bündnis ein oder man paktiert oder wie auch immer der Rod Barthes genannt hat, soweit es halt den gemeinsamen Zielen näher kommt. Also, nur um ganz kurz was klarzustellen, es geht mir nicht um Vorschreiben, das würde ich für Grund falsch halten, ich will niemandem etwas vorschreiben, aber ich werde immer Menschen sagen, dass es ein objektives Richtig und ein objektives Falsch gibt und dass ihr willkürliches Gewinner unter Umständen objektiv falsch ist. Das meine ich damit. Das bedeutet ja nicht, dass du es erzwingen musst. Das sind ja zwei grundverschätzliche Sachen, ob du sagst, es gibt einen Richtigen, ob du sagst, ich werde dich erschießen, wenn du es nicht tust. Weil ich glaube auch zum Beispiel, dass es eben einen Minimalstaat gibt und dass Menschen den Raum haben, die Konsequenzen ihrer dummen Entscheidung selber zu spüren, das halte ich für essentiell und deshalb halte ich das für absolut richtig. Aber um nochmal ein bisschen auf die, bevor wir uns zu sehen, diese Werteebene, weil wir kommen in die Werteebene, du hast ja recht vertiefen, ganz wertneutral gesprochen, jetzt wirklich ganz bewusst nur einfach mal wertneutral analysiert. Hältst du, und was du eben gesagt hast, alle machen mal für ein starkes Werbeargument, was die Menschen mobilisiert. Ich nehme dich jetzt einfach, ganz gleich, wie man jetzt im Moralschal so steht, aber ich nicht. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand richtig rockt. Ja, aber das ist ja nicht, von mir aus können wir auch sagen, ich bin durchaus in anderen Momenten geneigt dazu zu sagen, ja, okay, die Leute werden es nicht verstehen oder sie werden nur, man kann es ihnen nicht erklären. Insofern bin ich auch in anderen Momenten durchaus bereit zu sagen, ja, du hast recht. Ja, man kann es ihnen so nicht verkaufen. Also Liberty Vising verkauft ja auch, auch ganz klar mit positiver Vision, ja, geile Welt, Wolkenkratzer. Ja, ich weiß auch nicht, wie weit das gut ankommt, ehrlich gesagt. Also das ist, ich weiß nicht, also ich bin immer vorsichtig dabei, anderen Leuten ihre Sachen schlecht zu reden. Also wenn ihr das für sinnvoll hält, dann weiter voran damit. Ich behaupte aber nichtsdestotrotz, dass die Aufnahmefähigkeit dafür auch begrenzt ist. Vielleicht, aber ich glaube, dass es dich zumindest vor, aus meiner Sicht, einem riesigen Problem den libertären Ecke insgesamt bewahrt, nämlich nihilistischen Dummertum. So ein, ach, was kann man machen? Ach, alles scheiße. Ach, ich pöbel ein bisschen online. Aber eigentlich ist es eh egal. Ach, was will man schon tun? Weil ich glaube, dass das einfach auch ein unglaublicher Inaktivitätsfaktor ist. Jetzt wertneutral einfach jetzt mal so strategisch. Ich meine, bedenkt mal, wie viele Libertäre es gibt bei den Hayeks, die EF lesen und so weiter und so fort. Und wie wenig die relativ gesehen tun, faktisch. Oder bei Mises auch so ein paar Bücher schreiben und online jammern, dass alles doof ist. Das muss man einfach so sagen. Es ist ja jetzt nicht so, dass das Personenpotenzial, was bei jetzt die iniquien libertären da ist, doll mobilisiert wird. Wenn du es zum Beispiel, würde ich sagen, historisch vergleichst mit, was die 68er aus ihrer tatsächlich relativ kleinen Kerngruppe rausgeholt haben um Mobilisierung, oder was die ersten Atomkraftgegner aus ihrer Kerngruppe an Mobilisierung rausgeholt haben. Ich behaupte, das hat halt sehr fruchtbaren Boden gehabt relativ zu den Ideen, die von Libertären kommen. Das ist ein kollektivistischer Weltbild. Das ist sogar im Rahmen von dem christlichen Weltbild mit der Ursünde sehr gut. Da findet es auch guten Boden. Ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann unbedingt. Da würde ich zustimmen. Aber das Problem ist auch da wieder, wenn deine Philosophie es alle machen halt irgendwie, wirst du quasi gar keine Verbindungen herstellen können. Ich glaube zum Beispiel, dass in einem Land wie Deutschland, das ist meine persönliche kommunikative Annahme, wie sie da weiter stimmt, wird sich jetzt praktisch zeigen, so in den nächsten Jahren auch. Aber ich glaube zum Beispiel, dass der Gedanke, kriegt dein Leben auf die Haie, sei produktiv. Der Mensch muss produktiv sein, um zu überleben. Produktivität ist was Schönes und so. Dass diese Sachen durchaus sehr viel Resonanz haben. Ich meine, guck dir mal an, wie viel Resonanz, nicht, dass wir das machen, was John Peterson macht. John Peterson ist nochmal anders. John Peterson ist viel anspruchsloser und hat diesen grässlichen Konservatismus ganz oft drin. Aber wenn du dir das anguckst, was der macht und wie viel Resonanz das kriegt, dann scheint mir das zumindest jetzt einfach technisch resonanzstärker als alle machen. Ja, das ist ja eines dieser Intellektuellen, die sich herabgelassen hat, sich mit seiner Audience, mit seiner Publikum zu beschäftigen und sich so zu verpacken, dass das auch ankommt. Das ist ja auch, glaube ich, etwas, wo er sich beobachten konnte. Und man merkt, das ist manchen Akademikern halt zuwider. Die fühlen sich da, glaube ich, ein bisschen, das ist unter ihrer Würde, sich auf der Ebene mit Ideen zu beschäftigen. Die würden ja doch lieber irgendwo in ihren Türmen hocken und ihre Pamphlete schreiben für ihre Kollegen, als dass sie sich damit beschäftigen, die Ideen zu verbreiten, sodass es auch wirksam ist. Das stimmt. Aber zum Beispiel zum Erfolg und dazu, dass das kulturell quasi invasiv ist. Ich meine, guck dir zum Beispiel, du hast ja auf einer anderen Folie auch die Mises-Korkus. Vielleicht können wir tatsächlich mal kurz noch über den reden. Ich glaube, das ist ganz interessant. Der zum Beispiel, Mises-Korkus druckt ja auch Plakate und T-Shirts mit Jordan Peterson. Ja, ja. Okay. Das ist also schon, hat ja so eine Wirkung. Ja, also die Sache mit der Verantwortung ist ja ganz groß bei ihm und das ist halt auch tatsächlich korrekt. Also Freiheit und Verantwortung, die gehen miteinander einher. Und ich meine das jetzt nicht, so wie das häufig bei Linken gemeint, also es wird eher so als Knebel benutzt. Du bekommst deine Freiheit nur, wenn du Verantwortung übernimmst oder das ist jetzt deine Verantwortung, weil Ursünde und du musst deswegen das jetzt machen. Sondern das ist schon, wenn man diesen, wenn man auf die Ideenebene wieder runtersteigt, dann glaube ich schon, dass man herausfindet, okay, Verantwortung ist nur etwas, was man selber übernommen hat vorher. Also das ist eine Sache, Ausdruck des eigenen Willens. Und ja, aber wenn du tatsächlich, also es rein pragmatisch betrachtet, wird es keine Freiheit geben, wirst du nicht frei sein, wenn du nicht Verantwortung übernimmst. Das ist, denke ich, schon korrekt so und deswegen ist es auch, ja, es ist ganz so plausibel, dass die auch den mit hochhalten. Aber ich weiß nicht, ob das Mises Korkus war, war das deswegen, warum du verweisen wolltest. Ach so, deshalb kam ich jetzt gerade nur drauf, aber ich, aber ich dachte mir, vielleicht ist es zum Abschluss dem Mises Korkus insgesamt vielleicht noch zum, auch weil, weil das eine Sache ist, glaube ich, die viele auch von den Hörern vielleicht verfolgen, eine spannende Geschichte, um nochmal zum Abschluss über, über die Möglichkeiten, sowohl von Parteiarbeit als auch zum Beispiel Interismus, was sie trotz Christen so gerne mögen, also Sozialistenunterwanderung und so zu reden. Ja, also wer sich beschäftigen will damit, das ist also die Dynamik des Mises Korkus, also nur der Vorlauf dazu ist auch ähnlich mit meiner Bewegung, mit meiner Entwicklung, also 2008 die Finanzkrise und dann in dem Rahmen die Präsidentschaftskandidatur von Ron Paul 2008 und dann 2012 wieder. Da ist ja diese Ron Paul Revolution, die damals entstanden ist und die ist aufgrund von, naja, okay, muss man wieder zu sehr ins Inhalt, aber die hatte ein bisschen, ein bisschen untergegangen in der Zwischenzeit, aber hat dann halt sich zusammengerafft, um eben die Libertarian Party, für die übrigens Ron Paul auch, ich glaube in den 80ern, späten 80ern Präsidentschaftskandidat war und die haben das, genau wie du sagst, die haben das unterwandert und sich zusammengerafft und sind jetzt dabei für die nächsten Wahlen, das halt mit den Austrian-Ideen nahe oder so hat, die Ideen dort vorzutragen. Insofern ist es, und das war auch immer von Ron Paul, so eines seiner Tenore, er hat niemals die Politik als Mittel gesehen, um irgendwas zu erreichen im Sinne von Gesetzgebung. Also die Ideen haben einfach, wie ich es auch eben sagte, aus institutioneller Sicht keine Chance, die Institutionen werden sich nicht selbst abschaffen. Aber die Ideen, diese politische Plattform zu benutzen, um zu lehren, um die Ideen zu verbreiten, das kann nützlich sein, weil es gibt diesen Wahlzyklus, wo Leute Aufmerksamkeit schenken, also an politische Parteien, okay, also man kann halt seine Ideen dort präsentieren, ohne jetzt unbedingt, also das ist halt so, man verfolgt einen anderen Zweck jetzt vielleicht wie in anderen Parteien. Und ja, die haben jetzt diese Libertarian Party da übernommen und ich wünsche denen da viel Erfolg. Ja, also ich bin persönlich mal sehr, sehr gespannt, was sie so machen. Ich finde sie immer noch mit mieses Korkus etwas falsch benannt eigentlich, glaube ich, wenn sie mit Rothbard Korkus besser benannt, nach den Interviews zumindest. Aber das, so scheiße wie die Libertarian Party in Teilen bisher geführt war, ist das nicht unbedingt eine Verschlechterung, dass die jetzt da sind. Also ich drücke Ihnen mal die Daumen. Aber was ich schon glaube, also das ist so zum Beispiel ein Punkt, wo ich schon zustimme. Ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich sogar relativ einig. Natürlich sind wir aktuell noch viel, viel, viel zu schwach, um im klassisch-demokratischen System erfolgreich zu sein. Also dem würde ich nämlich zustimmen. Also ich glaube, dass uns ganz massiv, jetzt in Deutschland sogar noch viel mehr als in den USA, quasi da für jede Massenbasis fehlt und dass wir die erstmal ganz, ganz, ganz langfristig und stückweise und systematisch aufbauen. Was, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied ist vielleicht zwischen, vielleicht kommen wir da nochmal hin zwischen eigentlich Libertarian Rising und dem Marktradikalen, weil ich glaube, dass Libertarian Rising einen viel größeren Schwerpunkt darauf hat, physisch zu sein, wenn du verstehst, was ich meine. Also sichtbar zu sein, greifbare Strukturen quasi zu bauen. Und ich glaube, das liegt halt auch dann, weil ich halt der Meinung bin, am Ende des Tages überzeugst du Menschen halt auch, nicht nur rational, sondern auch indem du es ihnen zu gewissenteilen vorlebst. Ich glaube, ganz viele Menschen werden nicht nur dadurch gezogen, dass du ihnen erzählst, dass deine Ideen richtig sind, sondern sie werden auch dadurch gezogen, dass einfach ein bestimmter Bereich coole Leute hat. Also so komisch das jetzt vielleicht klingt, aber viele Leute sind irgendwie früher mal links geworden oder grün, weil das irgendwie cool oder interessant oder irgendwie unterhaltsame Leute waren. Und ich glaube, dafür zum Beispiel, es ist so unglaublich wichtig, tatsächlich auch physische Präsenz zu haben und physisch das zu entwickeln. Ich meine, Libertarian Rising hat langfristig das Ziel, dass es in so ziemlich jeder Großstadt von Deutschland, also Großstadt jetzt nicht 100.000, 500.000 oder so. Aber das ist irgendwo so eine Art libertären oder kapitalistischen Treffung, eine kapitalistische Kneipe, kapitalistisches Kulturzentrum oder sogar. Da sind wir natürlich noch weit von entfernt. Wir sind ja relativ frisch und unsere Missionen, wir haben ja eine Mission mit sehr, sehr langen Atem, wir denken ja sehr langfristig. Aber ich denke, dass das ein Schritt ist, um den du am Ende nicht herumkommen wirst, wenn du erfolgreich sein willst, überall diese lokale Präsenz herzustellen und auch Leute viel, viel mehr mit ihrem Gesicht zu zeigen, die da sind, die cool sind und wo andere denken, so wie der möchte ich aber auch sein. Was übrigens auch ein Grund ist, warum wir überhaupt dieses Fitnessleistung und so mit unter anderem auch so drehen. Also wir halten das philosophisch für richtig, wir glauben aber auch, dass es strategisch gut ist, weil Attraktivität auf die Leute anziehend wirkt. Aktive Bewegung zu sein. Okay. Könnte man auch andere Ansätze verfolgen, die mir gerade so einfallen, aber das könnte das wieder zu weit führen. Du darfst mir kurz sagen, jetzt hast mich neugierig gemacht oder führt das viel, viel, viel zu weit. Naja, das Thema weibliche, wie viele Frauen hier in der Bewegung unterwegs sind, das ist ja gängiges Thema. oder insofern. Ich weiß nicht, dass gerade extremer Folgen, also zumindest auf Instagram und so, es geht unser Frauenanteil relativ immer weiter hoch und ich, also für die libertaire Verhältnisse haben wir auch tatsächlich viele Frauen. Auch in unseren Veranstaltungen und unseren Mitgliedern. Es ist immer noch sehr, sehr wenig, weil die ganze kapitalistische Ecke sehr, sehr männlich ist, aber es werden mehr und immerhin bei Insta-Followern ist die Quote, da habe ich inzwischen schon, weiß nicht, über 25 Prozent, oder so müsste ich nochmal fragen. Weiß ich jetzt nicht. Da nagele mich nicht drauf fest, ich mache Instagram nicht, aber ich weiß, dass der Frauenanteil ganz stark hochgegangen ist in den letzten Wochen, relativ. So gesehen gucken wir mal. Genau, also ich kann da nur zustimmen, die Bewegung für lokale Treffen ist auch in der Bitcoin-Gemeinschaft, in der 21-Gemeinschaft, sehr, sehr begrüßenswert. Da ist eine, also da sind die Mises-Ideen und Rothbard-Ideen ja auch, oder die Austrian-Ideen auch ja sehr verbreitet und ich kann das so begrüßen. Es ist, ich muss, ich meine, es ist ja kein Entweder-Oder, die Online-Gemeinschaften oder in den Diskurs einzusteigen, ist nun mal halt einfacher für jemand, der frisch ist, wenn man eine Online-Präsenz hat. Und ja, okay, das ergänzt sich, denke ich, ganz gut. Ich glaube, auch da sind wir uns sehr, sehr, sehr einig. Genau. Im Übrigen, ganz kurz eingeschriebener Werbeblock, das ist ein cooles Bild bei den Leuten da beim Lagerfeuer vom Sunrise, dem übertragen freilichen Sommercamp, für alle überzeugten Idealisten und Kapitalisten, falls du noch nicht angemeldet, seid libertis-anweis.de. Siehst du, habe ich es doch noch ganz am Rande untergebracht. Ja, genau. Ja, super. Max, ich glaube, wir haben damit einen guten Abschluss gemacht. Ich bedanke mich noch mal für deine Bereitschaft, hier zu kommen und das Thema auszudiskutieren. Diskurs ist tatsächlich auch das, was uns voranbringen wird, glaube ich, insgesamt. Und dafür nochmal danke. Ich auch. Ich finde, dafür, wie uneinig wir sind, diskutieren wir sehr, sehr erfolgreich. Hat macht mir einen großen Spaß gemacht, wie du jetzt seit vielleicht bei Zeiten ja sogar wieder. Alles klar. Ich glaube, dass ich dabei sein durfte. Wie gesagt, war, glaube ich, sehr, sehr spannend. Ich glaube, auch für die Zuschauer sehr interessant, weil sie, glaube ich, jetzt wirklich auch viel zum Nachdenken haben. Zweifel, ich glaube, das ist von uns beiden ein Wunsch. An die Zuschauer gerne auch mal kommentieren, was ihr wovon haltet, weil es würde mich, glaube ich, auch interessieren. Ich vermute dich auch. Genau, also, ja, ja, du schaffst. Wir werden uns die Kommentare nochmal durchlesen, auf alle Fälle. Dankeschön. Alles klar. Dann, schönen Abend noch. Schönen Abend.